Robinson Crusoe Ein Inselabenteuer von Daniel Defoe Gelesen von David Nathan Ich bin geboren in der Stadt York, in England im Jahre 1632, als Kind angesehener Leute, die ursprünglich nicht aus jener Gegend stammten. Mein Vater, ein Ausländer aus Bremen gebürtig, hatte sich zuerst im nahegelegenen Hall niedergelassen, war dort als Kaufmann zu einem hübschen Vermögen gekommen und dann, nachdem er sein Geschäft aufgegeben hatte, nach York gezogen. Hier heiratete er meine Mutter, eine geborene Robinson. Nach der geachteten Familie, welcher sie angehörte, wurde ich Robinson Kreuzner genannt. In England aber ist es Mode, die Worte zu verunstalten und so heißen wir jetzt Crusoe, nennen und schreiben uns sogar selbst so und diesen Namen habe ich auch von jeher unter meinen Bekannten geführt. Schon in meiner frühen Jugend steckte mir der Kopf voll von Plänen zu einem umherschweifenden Leben. Mein Vater hatte mich so viel lernen lassen, als durch die Erziehung im Hause und den Besuch einer Freischule auf dem Lande möglich ist. Ich war für das Studium der Rechtsgelehrsamkeit bestimmt. Kein anderer Gedanke aber wollte mir behagen, als der Seemann zu werden. Dieses Vorhaben brachte mich in schroffen Gegensatz zu den Wünschen und Befehlen meines Vaters und dem Zureden meiner Mutter, wie auch sonstiger, mir freundlich gesinnter Menschen. Es schien, als habe das Schicksal in meiner Natur einen unwiderstehlichen Drang gelegt, der mich geradewegs in künftiges Elend treiben sollte. Mein Vater, der ein verständiger und ernster Mann war, durchschaute meine Pläne und suchte mich durch eindringliche Gegenvorstellungen von meinen Seemannsträumen abzubringen. Eines Morgens ließ er mich in sein Zimmer kommen und sprach sich über jene Angelegenheit mit großer Wärme aus. Was für andere Gründe, sagte er, als die bloße Vorliebe für ein unstetes Leben könnten dich bewegen, Vaterhaus und Heimat verlassen zu wollen, wo du ein gutes Unterkommen hast und bei Fleiß und Ausdauer in ruhigem und behaglichem Leben dein Glück machen kannst. Nur Leute in verzweifelter Lage oder solche, die nach großen Dingen streben, gehen außer Landes auf Abenteuer aus, um sich durch Unternehmungen emporzubringen und berühmt zu machen, die außerhalb der gewöhnlichen Bahn liegen. Solche Unternehmungen aber sind für dich entweder zu hoch oder zu gering. Du gehörst in den Mittelstand. Hier gelangt man am sichersten zu irdischem Glück. Man ist weder dem Elend und der Mühsal der nur von Hände Arbeit lebenden Menschenklasse ausgesetzt, noch wird man vom Hochmut, der Üppigkeit, dem Ehrgeiz und dem Neid heimgesucht, denn diese schlechten Eigenschaften sind in der Welt der Reichen zu Hause. Am besten, fügte mein Vater hinzu, kannst du die Glückseligkeit des Mittelstandes daraus erkennen, dass er von allen, die ihm nicht angehören, beneidet wird. Selbst Könige haben oft über die Misslichkeiten, die ihre hohe Geburt mit sich bringt, geklagt und gewünscht, in die Mitte der Extreme, zwischen hohe und niedrige gestellt zu sein. Ich werde zwar, so endete mein Vater, nicht aufhören, für dich zu beten, aber das sage ich dir im Voraus. Wenn du deine törichten Pläne verfolgst, wird Gott seinen Segen nicht dazu geben und du wirst vielleicht einmal Muße genug haben, darüber nachzudenken, dass du meinen Rat in den Wind geschlagen hast. Dann aber möchte wohl niemand da sein, der dir zur Umkehr behilflich sein kann. Bei diesen letzten Worten, die, was mein Vater wohl selbst kaum ahnte, wahrhaft prophetisch waren, strömten ihm die Tränen reichlich über das Gesicht. Als er von der Zeit der zu späten Reue sprach, geriet er in eine solche Bewegung, dass er nicht weiterreden konnte. Ich war durch seine Worte in innerster Seele ergriffen. Und wie hätte das anders sein können? Mein Entschluss stand fest, den Gedanken an die Fremde aufzugeben und mich, den Wünschen meines Vaters gemäß, zu Hause niederzulassen. Aber ach, schon nach wenigen Tagen waren diese guten Vorsätze verflogen und um dem peinlichen Zureden meines Vaters zu entgehen, beschloss ich einige Wochen später, mich heimlich davon zu machen. Nur führte ich diese Absicht nicht in der Hitze des ersten Entschlusses aus, sondern nahm eines Tages meine Mutter, als sie ungewöhnlich guter Laune schien, beiseite und erklärte ihr, mein Verlangen, die Welt zu sehen, gehe mir Tag und Nacht im Kopf herum und lasse mich nicht los. Mein Vater, sagte ich, sollte mich besser mit seiner Einwilligung gehen lassen als ohne sie. Ich bin 18 Jahre alt und damit zu alt, um noch den Kaufmannsberuf zu erlernen oder ein Studium zu beginnen. Wollte ich doch versuchen, so würde ich sicherlich nicht die gehörige Zeit aushalten, sondern entlaufen und dann doch zur See gehen. Ich bat die Mutter bei dem Vater zu befürworten, dass er mich eine Seereise zum Versuch machen lasse. Käme ich dann wieder und die Sache hätte mir nicht gefallen, so wollte ich nimmerfort und verspräche für diesen Fall, durch doppelten Fleiß das Versäumte wieder einzuholen. Meine Mutter geriet nach dieser Mitteilung in große Bestürzung. Es würde vergebens sein, erwiderte sie, mit meinem Vater darüber zu sprechen, der wisse zu gut, was zu meinem Besten diene, als dass er mir seine Einwilligung zu so gefährlichen Unternehmungen geben könne. Ich wundere mich, setzte sie hinzu, dass du nach der Unterredung mit deinem Vater und nach seinen liebreichen Ermahnungen noch an so etwas denken kannst. Wenn du dich absolut ins Verderben stürzen willst, so ist dir eben nicht zu helfen. Darauf aber darfst du dich verlassen, dass ich meine Einwilligung dir nie gebe und an deinem Unglück nicht irgendeinen Anteil haben will. Auch werde ich niemals in etwas einwilligen, was nicht die Zustimmung deines Vaters hat. Wie ich später erfuhr, hat meine Mutter trotz ihrer Versicherung, es für sich zu behalten, meinem Vater von unserem Gespräch erzählt. Er war davon sehr betroffen gewesen und hatte seufzend geäußert, Der Junge könnte nun zu Hause sein Glück machen. Geht er aber in die Fremde, wird er der unglücklichste Mensch von der Welt werden. Meine Zustimmung bekommt er nicht. Es währte beinahe noch ein volles Jahr, bis ich dennoch meinen Vorsatz ausführte. In dieser ganzen Zeit aber blieb ich taub gegen alle Vorschläge, ein Geschäft anzufangen und machte meinen Eltern oftmals Vorwürfe darüber, dass sie sich dem, worauf meine ganze Neigung ging, so entschieden widersetzten. Eines Tages befand ich mich in der englischen Hafenstadt Hull, wohin ich jedoch zufällig und ohne etwa Fluchtgedanken zu hegen mich begeben hatte. Ich traf dort einen meiner Kameraden, der im Begriff war, mit dem Schiff seines Vaters auf dem Seeweg nach London zu schippern. Er drängte mich, ihn zu begleiten, indem er nur die gewöhnliche Lockspeise der Seeleute, nämlich freie Fahrt, anbot. Und so geschah es, dass ich, ohne Vater oder Mutter um Rat zu fragen, ja ohne ihnen auch nur ein Wort zu sagen und ohne Rücksicht auf die Umstände und Folgen meiner Handlung, in böser Stunde am 1. September 1651 an Bord des nach London bestimmten Schiffes ging. Niemals, glaube ich, haben die Missgeschicke eines jungen Abenteurers rascher ihren Anfang genommen und länger angehalten als die meinigen. Unser Schiff war kaum aus dem Humberfluss, als der Wind sich erhob und die See anfing, fürchterlich hochzugehen. Ich war früher nie auf dem Meere gewesen und mir wurde daher unaussprechlich elend. Mein Gemüt war von furchtbarem Schrecken erfüllt. Jetzt begann ich ernstlich darüber nachzudenken, was ich unternommen hatte und wie die gerechte Strafe des Himmels meiner böswilligen Entfernung vom Vaterhaus und meiner Pflichtvergessenheit alsbald auf dem Fuße gefolgt sei. Alle guten Ratschläge meiner Eltern, Vaters Tränen und Mutters Bitten geisterten durch meinen Kopf. Inzwischen steigerte sich der Sturm und das Meer schwoll stark, wenn auch bei weitem nicht so hoch, wie ich es später oft erlebt und schon einige Tage nachher gesehen habe. Doch reichte es, mich als einen Neuling zur See und da ich völlig unerfahren in solchen Dingen war, zu entsetzen. Von jeder Woge meinte ich, sie würde uns verschlingen und so oft das Schiff sich in einem Wellental befand, war mir, als kämen wir nimmer wieder auf die Höhe. In dieser Seelenangst fasste ich die besten Entschlüsse. Kurz, ich beschloss fest, mich aufzumachen, gleich dem verlorenen Sohne und schuldbewusst zu meinem Vater zurückzukehren. Diese weisen und verständigen Gedanken hielten jedoch nur Stand, solange der Sturm wehrte und noch ein weniges darüber. Am nächsten Tage legte sich der Wind, die See ging ruhiger und ich war die Sache ein wenig gewohnt. Doch blieb ich den ganzen Tag still und ernst und litt noch immer etwas an der Seekrankheit. Am Nachmittag aber klärte sich das Wetter auf, der Wind legte sich völlig und es folgte ein köstlicher Abend. Die Sonne ging leuchtend unter und am nächsten Morgen ebenso schön auf. Wir hatten wenig oder gar keinen Wind, die See war glatt, die Sonne strahlte darauf und ich hatte einen Anblick so herrlich wie nie zuvor. Nach einem gesunden Schlaf, frei von der Seekrankheit, in bester Laune, betrachtete ich voll Bewunderung das Meer, das gestern so wild und fürchterlich gewesen und nun so friedlich und anmutig war. Und gerade jetzt, damit meine guten Vorsätze ja nicht standhalten sollten, trat mein Kamerad, der mich verführt hatte, zu mir. »Nun, mein Junge«, sagte er, mich mit der Hand auf die Schulter klopfend, »wie ist's bekommen?« »Ich wette, du hast Angst ausgestanden bei der Handvoll Wind, die wir gestern hatten, wie?« »Eine Handvoll Wind, nennst du das?«, erwiderte ich. »Es war ein grässlicher Sturm.« »Ein Sturm? Narr, der du bist, hältst du das für einen Sturm? Gib uns ein gutes Schiff und offene See, so verlieren wir üblicherweise kein Wort über eine so elende Brise. Aber du bist nur ein Süßwassersegler. Komm, lass uns eine Bohle Punsch machen und du wirst bald nicht mehr an diesen Sturm denken. Schau, was für ein prächtiges Wetter wir haben.« Um es kurz zu machen, wir taten nach Seemannsbrauch. Der Punsch wurde gebraut und ich gehörig angetrunken. Der Leichtsinn dieses einen Abends ersäufte all meine Reue, all meine Gedanken über das Vergangene, all meine Vorsätze für die Zukunft. Wie die See, als der Sturm sich gelegt, wieder ihre glatte Miene und friedliche Stille angenommen hatte, so war auch der Aufruhr in meiner Seele vorüber. Meine Befürchtungen, von den Wogen verschlungen zu werden, hatte ich vergessen. Meine alten Wünsche kehrten zurück. In London hatte ich gleich anfangs das Glück, in gute Gesellschaft zu geraten, was einem so unbesonnenen und unbändigen Gesellen wie mir nicht oft zuteil wird. Ich machte die Bekanntschaft eines Schiffskapitäns, der eben von der guineischen Küste zurückgekehrt war und, da er dort in Afrika gute Geschäfte gemacht hatte, im Begriffe stand, eine neue Reise dahin zu unternehmen. Er fand Gefallen an meiner damals nicht ganz reizlosen Unterhaltung und als er mitbekam, dass ich Lust hatte, die Welt zu sehen, bot er mir an, kostenfrei mit ihm zu reisen. Ich könne mit ihm den Tisch und den Schlafraum teilen und, wenn ich etwa einige Waren mitnehmen wolle, sie auf eigene Rechnung in Afrika verkaufen und vielleicht dadurch zu weiteren Unternehmungen ermutigt werden. Dieses Angebot nahm ich an und schloss mit dem Kapitän, einem redlichen und aufrichtigen Manne, innige Freundschaft. Dies war die einzige unter meinen Reisen, die ich eine glückliche nennen kann. Ich verdanke das nur der Rechtschaffenheit meines Freundes, des Schiffskapitäns, durch dessen Anleitung ich auch eine ziemliche Kenntnis in der Mathematik und im Schifffahrtswesen erlangte. Er lehrte mich, den Kurs des Schiffes zu verzeichnen, Beobachtungen anzustellen, überhaupt alles Notwendige, was ein Seemann wissen muss. Da es ihm Freude machte, mich zu belehren, hatte auch ich Freude, von ihm zu lernen und so wurde ich auf dieser Reise zugleich Kaufmann und Seemann. Weitere Jahre auf hoher See folgten, außerdem verbrachte ich vier Jahre in Brasilien und betrieb dort eine kleine Zuckerrohrplantage. Dort hatte ich nicht nur die Landessprache gelernt, sondern auch Bekannte und Freunde unter meinen Pflanzerkollegen und den Kaufleuten zu San Salvador gewonnen. Bei meinen Gesprächen mit ihnen war auch oft von meinen beiden Reisen an die Küste von Guinea, von der Art und Weise des Handels mit den Afrikanern und auch davon die Rede gewesen, wie leicht es sei, dort für Kleinigkeiten wie Spielwaren, Glasperlen, Messer, Scheren, Beile und dergleichen im Gegenzug Goldstaub, Guinea-Korn und Elefantenzähne zu bekommen. Einmal, nachdem ich mich mit einigen Pflanzern und Kaufleuten über diese Dinge unterhalten hatte, kamen am nächsten Morgen drei von ihnen zu mir und sagten, dass sie Lust hätten, ein Schiff nach Guinea zu schicken und ob ich die Expedition zu Schiffe leiten wolle. Als Vergütung sollte ich einen gleichen Anteil wie sie von den getauschten Waren bekommen. Was soll ich sagen? Ich folgte blindlings den Lockungen meiner Einbildungskraft und hörte nicht auf die Stimme der Vernunft. Das Schiff wurde ausgerüstet, die Ladung geliefert und alles ins Werk gesetzt. In schlimmer Stunde ging ich an Bord, am 1. September 1659, just an dem Tage, an welchem ich acht Jahre zuvor meinen Eltern zu Hall entflohen war, ihren Geboten trotzend und mein eigenes Glück töricht verscherzend. Unser Schiff war etwa 120 Tonnen schwer, führte sechs Kanonen und eine Mannschaft von 14 Leuten, außer dem Kapitän, dem Schiffsjungen und mir. Wir hatten keine schwere Ladung, sondern nur solche Waren, die sich zum Handel mit den Negern eigneten, Perlen, Muscheln und allerlei Kleinigkeiten wie kleine Spiegel und dergleichen. Noch am selben Tage, an dem ich an Bord gegangen, lichteten wir die Anker. Wir hielten uns zunächst nordwärts an der brasilianischen Küste entlang, um dann vom 10. oder 12. Grad nördlicher Breite aus hinüber nach Afrika zu steuern, welches der gewöhnliche Kurs dorthin in dieser Jahreszeit war. Wir hatten bis auf die große Hitze bei der Küstenfahrt sehr gutes Wetter. Von der Höhe von St. Augustin aus nahmen wir, das Land aus dem Gesicht verlierend, den Weg seewärts, als ob wir zur Insel Fernando de Noronja wollten, die wir jedoch östlich liegen ließen. Nach zwölftägiger Fahrt überraschte uns ein heftiger Orkan, sodass wir gänzlich die Orientierung verloren. Der Orkan erhob sich von Südost, drehte sich dann nach Nordwest und blieb hierauf in Nordost stehen. Von dort blies er in so furchtbarer Weise zwölf Tage hindurch, dass wir weiter nichts tun konnten, als uns von der Wut der Windsbraut forttreiben zu lassen. Ich brauche kaum zu sagen, dass ich während dieser ganzen Zeit jeden Tag meinen Untergang erwartete und dass niemand im Schiffe hoffte, mit dem Leben davon zu kommen. Ungefähr am zwölften Tag legte sich der Sturm ein wenig und der Kapitän begann, so gut es gehen wollte, sich wieder zu orientieren. Nach seinen Berechnungen befanden wir uns in der Nähe der Küste von Guyana, oberhalb des Amazonenstroms und nahe des Orinoco, der gewöhnlich der große Fluss genannt wird. Der Kapitän beriet mit mir, welchen Kurs er jetzt nehmen sollte und war gewillt, da unser Schiff leck und arg zugerichtet war, direkt zur brasilianischen Küste zurückzukehren, wogegen ich mich jedoch entschieden wehrte. Wir studierten deshalb zunächst die Seekarte und sahen, dass wir kein bewohntes Land antreffen würden, bis wir in den Bereich der karibischen Inseln kämen. Deshalb beschlossen wir, nach Barbados hinzusteuern, dass wir, wenn wir uns seewärts hielten, um den Golfstrom der Bucht von Mexiko zu vermeiden, durchaus binnen etwa 15 Tagen erreichen konnten. Denn ohne unser Schiff auszubessern und für uns selbst Lebensmittel einzunehmen, wären wir in keinem Falle imstande gewesen, die afrikanische Küste zu erreichen. In dieser Absicht änderten wir nun den Kurs und steuerten nach West-Nordwest, um auf irgendeiner der englischen Inseln Station zu machen. Aber es sollte anders kommen. Uns überfiel ein neuer Sturm und trieb uns mit solcher Gewalt nach Westen, dass wir aus dem Bereich aller zivilisierten Bevölkerung und in die Gefahr gerieten, selbst wenn uns die See verschonte, wahrscheinlich eher von Wilden gefressen zu werden, als wieder heimzukommen. In dieser traurigen Lage, während der Wind noch sehr heftig ging, erscholl eines Morgens von einem unserer Leute der Ruf »LAND!« Kaum aber waren wir auf Decke eilt, um zu schauen, wo wir uns befänden, so saß auch schon unser Schiff auf einer Sandbank. Sobald es fest lag, wurde es von den Wogen der Gestalt überflutet, dass wir uns sämtlich verloren glaubten und uns so rasch wie möglich in die Kajüten zurückzogen, um vor den schäumenden Wellen Schutz zu suchen. Niemand, der nicht Ähnliches durchgemacht hat, kann sich die menschliche Ratlosigkeit in solcher Lage vorstellen. Wir wussten nicht, wo wir uns befanden, ob das Land, an das wir getrieben waren, eine Insel oder ein Teil des Festlandes, ob es bewohnt sei oder nicht. Auch mussten wir, da der Wind zwar ein wenig gemäßigt, aber immer noch sehr heftig war, jeden Augenblick fürchten, das Schiff werde in Trümmern gehen, wenn nicht wie durch eine Art Wunder der Wind plötzlich umschlage. Ganz gegen unser Erwarten jedoch zerbarst das Schiff nicht und, wie der Kapitän versicherte, begann der Wind, sich plötzlich zu legen. Trotzdem aber, da wir auf dem Strande saßen und keine Hoffnung hatten, das Schiff flott zu machen, blieb uns in unserer traurigen Lage nichts übrig, als zu überlegen, wie wir das nackte Leben retten könnten. Vor dem Sturm hatten wir am Stern unseres Schiffes ein Boot gehabt, das aber während des Unwetters ans Steuerruder geschleudert, dann losgeworden und entweder versunken oder fortgetrieben war. Wir hatten zwar noch ein anderes Boot an Bord, aber es schien unmöglich, dasselbe in See zu bringen. Zu langem Besinnen jedoch fehlte die Zeit, da wir jede Minute das Schiff in Stücken zu sehen meinten und einige riefen, es sei bereits geborsten. Trotz dieser schlimmen Lage gelang es dem Steuermann, mit Hilfe der übrigen Mannschaft jenes Boot über Bord zu lassen. Wir sprangen alle, elf an der Zahl hinein, uns der Barmherzigkeit Gottes und dem wilden Meere gänzlich überlassend. Denn wiewohl der Sturm sich bedeutend gemindert hatte, gingen die Wogen doch noch furchtbar hoch. Unsere Not war immer noch groß genug. Wir sahen klar voraus, dass das Boot sich in den hohen Wellen nicht halten könne, sondern untergehen müsse. Segel hatten wir nicht, hätten auch nichts damit anfangen können. Daher arbeiteten wir uns mit den Rudern landwärts, aber nur schweren Herzens, denn es war uns bewusst, dass das Boot näher zur Küste gelangt, von der Brandung in tausend Stücke zerschmettert werden müsse. Gleichwohl, indem wir unsere Seelen Gott befahlen, ruderten wir mit allen Kräften, mit eigenen Händen unserem Verderben entgegen. Ob die Küste aus Fels oder Sand bestand, ob sie flach oder steil war, wussten wir nicht. Der einzige Hoffnungsschimmer, der uns noch geblieben war, bestand in der Aussicht, dass wir vielleicht das Boot in irgendeine Bucht oder Flussmündung einlaufen lassen oder uns unter einem Vorsprung der Küste bis zum Eintritt der Ebbe bergen könnten. Von diesen Dingen war aber nichts zu sehen. Vielmehr bot das Land, als wir dem Ufer näher kamen, einen noch schrecklicheren Anblick als das Meer selbst. Wir waren nach unserer Berechnung ungefähr anderthalb Meilen gerudert oder vielmehr vom Wasser getrieben, als eine berghohe, wütende Welle gerade auf uns gerollt kam und uns den Gnadenstoß erwarten ließ. Sie traf das Boot mit solcher Gewalt, dass sie es alsbald umwarf und uns nicht nur aus demselben schleuderte, sondern auch voneinander trennte. Ehe wir nur ein Stoßgebet hatten tun können, waren wir allesamt von den Wogen verschlungen. Die Verwirrung meiner Gedanken beim Untersinken ins Wasser ist unbeschreiblich. Obwohl ich sehr gut schwamm, hatte mich die Welle, noch ehe ich Atem zu schöpfen vermochte, eine ungeheure Strecke zur Küste hingetragen, und als sie dann erschöpft zurückkehrte, sah ich mich halbtot infolge des verschluckten Wassers auf dem fast trockenen Lande zurückgeblieben. Ich besaß noch so viel Geistesgegenwart, dass ich mich unerwartet dem Festland so nah aufrichtete und versuchte, so weit wie möglich nach dem Ufer hin zu gelangen, ehe eine andere Welle kommen und mich mitnehmen würde. Dieser Versuch misslang jedoch. Eine Woge wie ein großer Hügel, gleich einem wütenden Feinde, mit dem zu kämpfen ich mir nicht einfallen lassen konnte, stürzte hinter mir her. Es blieb mir nichts übrig, als den Atem einzuhalten und mich, so gut es ging, über dem Wasser zu halten. Dabei war mein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, dass die See mich nicht, wie sie mich eine gute Strecke landeinwärts getrieben, auch ebenso weit wieder zurücktrage. Die neue Woge zog mich sofort wieder zwanzig bis dreißig Fuß in die Tiefe. Ich konnte fühlen, wie sie mich mit großer Gewalt und Schnelligkeit eine geraume Strecke zur Küste hintrug. Wiederum hielt ich den Atem an und bemühte mich mit aller Kraft vorwärts zu schwimmen. Fast wäre mir der Atem ausgegangen, als ich plötzlich auftauchte und Hand und Kopf über dem Wasser sah. Obwohl dies nur zwei Sekunden dauerte, reichte es doch aus, mir neue Luft und neuen Mut zu verschaffen. Abermals war ich eine gute Weile mit Wasser bedeckt, dann aber, als ich die Woge erschöpft hatte und zurückkehrte, fühlte ich Grund unter den Füßen. Ich stand einige Augenblicke still, schöpfte Luft und eilte sofort mit allen Kräften dem Ufer zu. Aber auch diesmal entrann ich nicht der wütenden See, die mich aufs Neue überflutete. Zweimal noch erfassten mich die Wellen und trieben mich, da die Küste sehr flach war, vorwärts wie vorher. Das letzte dieser beiden Male hätte leicht verhängnisvoll für mich werden können. Das Meer warf mich nämlich dabei gegen ein Felsstück, und zwar mit solcher Gewalt, dass ich die Besinnung verlor und ganz hilflos da lag. Jedoch kam ich kurz vor der Rückkehr der Wogen wieder zu mir und beschloss diesmal, mich fest an den Felsen zu klammern und wenn möglich den Atem bis zur Rückkehr der Welle einzuhalten. Dies gelang denn auch, da die Wogen nicht mehr so hoch wie vorher gingen. Ein weiterer Lauf brachte mich dann so nahe dem Strand, dass die nächste Welle, obwohl sie mich übergoss, mich nicht mehr fortzutragen vermochte. Abermals rannte ich weiter und diesmal gelangte ich zum festen Lande, wo ich in großer Freude die Anhöhe der Küste erkletterte und mich da frei von Gefahr und außerhalb des Bereichs der See ins Gras niedersetzte. Jetzt, da ich mich gerettet sah, hob ich meine Augen empor und dankte Gott für das Leben, auf dessen Erhaltung ich vor einigen Minuten noch nicht hatte hoffen können. Ich glaube, es ist unmöglich, das Entzücken und die Wonne eines Menschen, der sozusagen unmittelbar dem Grabe entronnen ist, zu schildern. Mit emporgehobenen Händen, ganz versunken in das Gefühl meiner Errettung, ging ich am Strande auf und ab. Ich dachte an meine ertrunkenen Gefährten und dass ich die einzige gerettete Seele unter allen sei, denn ich sah keinen wieder, habe auch kein Zeichen von ihnen mehr wahrgenommen, außer drei Hüten, einer Mütze und zwei nicht zusammengehörigen Schuhen. Als ich zum gestrandeten Fahrzeug, das durch die Stärke der Brandung meinem Anblick fast entzogen worden war, blickte, rief ich unwillkürlich aus, mein Gott, wie ist es möglich gewesen, dass ich das Land erreichen konnte? Als ich begann, umherzublicken und Ausschau zu halten, auf was für einem Lande ich mich eigentlich befand und was zunächst zu tun sei, da sank bald wieder mein Mut und ich erkannte, dass meine Errettung eine furchtbare Begünstigung war. Ich war durchnässt und konnte die Kleider nicht wechseln, hatte weder etwas zu essen noch etwas zu meiner Stärkung zu trinken. Keine andere Aussicht bot sich mir, als zu verhungern oder von wilden Tieren gefressen zu werden. Und was mich besonders bekümmerte, ich besaß keine Waffen, um irgendein Tier zu erlegen und zu essen. Nichts trug ich bei mir als ein Messer, eine Tabakspfeife und ein wenig Tabak in einem Beutel. Dies war meine ganze Habe und ich geriet darüber in solche Verzweiflung, dass ich wie wahnsinnig hin und her lief. Die Nacht kam und ich begann schweren Herzens zu überlegen, was mein Los sein würde, wenn es hier wilde Tiere gäbe, von denen ich wusste, dass sie stets des Nachts auf Beute auszugehen pflegen. Die einzige Auskunft, die mir einfiel, war, einen dicken, buschigen Baum, eine Art dorniger Fichte, die in meiner Nähe stand, zu erklettern. Ich beschloss dort, die ganze Nacht sitzen zu bleiben. Ich ging einige Schritte am Strande her, um nach frischem Wasser zu suchen. Das fand ich denn auch zu meiner großen Freude. Nachdem ich getrunken hatte, erstieg ich den Baum und versuchte mich darauf so zu lagern, dass ich im Schlafe nicht herunterfallen könnte. Vorher hatte ich mir einen kurzen Stock, eine Art von Prügel, zu meiner Verteidigung abgeschnitten, und dann verfiel ich infolge meiner großen Müdigkeit auf dem Baum in einen tiefen Schlaf und schlief so erquickend, wie es wohl wenige in meiner Lage vermocht hätten. Nie im Leben hat mir, glaube ich, der Schlummer so gut getan wie damals. Als ich erwachte, war es heller Tag. Das Wetter hatte sich aufgeklärt und der Sturm sich gelegt, sodass die See ruhig ging. Am meisten überraschte mich, dass das Schiff in der Nacht durch die Flut von der Sandbank, auf der es gestrandet, fast bis zu dem Felsen, gegen den mich die Woge so heftig geschleudert hatte, getrieben war. Es befand sich etwa eine Meile vor der Küste und da es noch aufrecht stand, wünschte ich sehr, an Bord zu sein, um wenigstens einige nötige Gegenstände für mich retten zu können. Kurz nach Mittag ward die See sehr ruhig und die Ebbe so stark, dass ich bis auf eine Viertelmeile dem Schiffe nahe kommen konnte. Hier wurde mir ein neuer Schmerz bereitet. Ich sah nämlich klar, dass wir, wären wir alle an Bord geblieben, sämtlich gerettet sein würden. Die Tränen traten mir bei diesem Gedanken in die Augen. Da ich aber wenigstens einige Dinge zur Erleichterung meines Aufenthalts auf dem Schiffe zu finden hoffte, beschloss ich den Versuch zu machen, ob ich es erreichen könne. Ich zog wegen der großen Hitze die Kleider aus und begab mich ins Wasser. Als ich zu dem Schiff gelangt war, zeigte sich eine neue, besonders große Schwierigkeit, in der Frage nämlich, wie ich an Bord gelangen sollte. Das auf dem Grunde aufliegende Fahrzeug ragte hoch aus dem Wasser und ich konnte nirgends eine Handhabe finden, um mich daran in die Höhe zu heben. Erst nachdem ich es zweimal umschwommen hatte, erspähte ich ein kleines Tauende, das an dem Vorderteil so tief herunterhing, dass ich, wenn auch nur mit großer Mühe, es fassen und mithilfe desselben in den Vorderteil des Schiffes gelangen konnte. Hier sah ich, dass in das Schiff schon eine große Menge Wasser eingedrungen war. Es lag auf der Seite einer Sandbank und das Hinterteil ragte hoch in die Luft. Das Vorderteil lag gänzlich im Wasser. Dennoch war das Deck frei und was sich auf diesem befand, trocken. Wie man denken kann, untersuchte ich vor allen Dingen, was verdorben sei und was nicht. Zunächst fand ich, dass der komplette Schiffsproviant trocken und vom Wasser verschont geblieben war. Da ich starken Appetit verspürte, eilte ich sofort zum Brotkasten, füllte mir die Taschen mit Zwieback und aß davon, während ich zugleich noch die anderen Sachen durchmusterte, da ich keine Zeit zu verlieren hatte. Auch etwas Rum fand ich in der großen Kajüte und trank davon einen gehörigen Schluck, was zur Ermunterung meiner Lebensgeister nötig genug war. Jetzt hätte ich vor allen Dingen ein Boot brauchen können, um mich mit mancherlei Dingen zu versehen, die mir voraussichtlich sehr nötig sein würden. Aber was hätte es geholfen, die Hände in den Schoß zu legen und Unerreichbares zu wünschen? Meine große Not spornte meinen Eifer an. Wir hatten an Bord einige Rundstangen und zwei oder drei dicke, hölzerne Sparren, auch einige große Masten. Ich beschloss, dies alles zu benutzen und warf davon so viel über Bord, wie ich bewältigen konnte. Jeden Balken befestigte ich mit einem Seil, dass er nicht fortschwimmen konnte. Dann verließ ich das Schiff und zog die Hölzer an mich heran, band vier davon an beiden Enden, floßartig, möglichst fest zusammen und legte zwei bis drei Stücke quer darüber. Da ich bemerkte, dass ich zwar ganz gut auf den so verbundenen Hölzern herumgehen konnte, dass sie aber kein großes Gewicht zu tragen vermochten, machte ich mich an eine neue Arbeit. Ich sägte mit der Zimmermannssäge einen langen Topmast, der Länge nach in drei Teile und brachte diese mit großer Mühe und Arbeit an meinem Floß an. Dieses war nun stark genug, um ein ansehnliches Gewicht aushalten zu können. Ich fragte mich zunächst, womit ich es belasten und wie ich die Ladung vor dem Seewasser schützen solle. Zuerst beschloss ich alle Planken und Dielen, derer ich habhaft werden konnte, darauf zu legen. Nachdem dies geschehen war, ließ ich drei ausgeleerte Matrosenkisten auf das Floß herunter. In die erste tat ich Lebensmittel, nämlich Brot, Reis, drei holländische Käse, fünf Stücke Ziegenfleisch, das auf dem Schiff unsere Hauptkost ausgemacht hatte, und einen kleinen Rest europäischen Getreides, welches wir als Futter für Hühner mitgenommen hatten, die unterwegs geschlachtet worden waren. Inzwischen begann die Flut allmählich zu steigen. Mit Betrübnis sah ich sie meinen Rock, meinen Hemd und die Weste wegschwemmen, die ich am Ufer auf dem Sand zurückgelassen hatte, während ich meine Leinenhosen, die mir nur bis an die Knie reichten, sowie die Strümpfe beim Schwimmen anbehalten hatte. Der Verlust jener Sachen veranlasste mich, nach Kleidern umherzustöbern, und ich fand auch haufenweise davon. Nach langem Suchen fand ich dann auch den Zimmermannskasten, der mir eine sehr kostbare Beute und in diesem Augenblick mehr wert war als eine ganze Schiffsladung von Goldbarren. Ich brachte ihn, wie er war, aufs Floß, ohne seinen Inhalt vorher zu untersuchen, da mir dieser ungefähr bekannt war. Als nächstes ging ich auf die Suche nach Munition und Waffen. Es befanden sich zwei sehr gute Vogelflinden und zwei Pistolen in der großen Kajüte. Wie ich wusste, waren auch drei Fässchen mit Pulver im Schiff, doch hatte ich keine Ahnung davon, wo sie der Stückmeister aufgehoben hatte. Erst nach langem Suchen fand ich sie, zwei davon waren noch gut und trocken, das dritte aber hatte Wasser gezogen. Nun dachte ich darüber nach, wie ich das Floß ans Ufer bringen solle. Ich hatte nämlich weder Segel, noch Steuer, noch Ruder. Eine Handvoll Windes aber würde ausgereicht haben, mein ganzes Fahrzeug umzuwerfen. Dreierlei jedoch ermutigte mich. Erstens die ruhige See, zweitens das steigende der Flut, die landwärts ging und drittens der Umstand, dass das bisschen Wind, das wehte, in Richtung Küste blies. Nun, nachdem ich noch mehrere zerbrochene Ruder, die zum Boot des Schiffes gehört hatten, sowie außer dem Werkzeug im Kasten zwei Sägen, eine Axt und einen Hammer aufgefunden hatte, begab ich mich auf die Fahrt zurück zur Insel. Etwa eine Meile weit ging es ganz gut mit meinem Floß, nur bemerkte ich, dass es ein wenig von meinem früheren Landungsplatz abgetrieben wurde. Daraufhin vermutete ich, es möge da wohl eine Wasserströmung und demzufolge vielleicht eine Bucht oder eine Flussmündung sein, die ich als Hafen für meine Landung benutzen könnte. So war es in der Tat. Vor mir zeigte sich eine kleine Landöffnung und die Flut strömte dorthin. In dieser Strömung suchte ich denn mein Floß so gut wie möglich zu halten. Jetzt aber hätte ich fast zum zweiten Mal Schiffbruch gelitten und diesmal hätte ich schwerlich den Kummer überstanden. Weil ich nämlich die Beschaffenheit der Küste nicht kannte, geriet mein Floß mit dem einen Ende auf eine Untiefe und da das andere Ende nicht auch auf den Grund stieß, fehlte nicht viel, dass meine ganze Ladung abgerutscht und ins Wasser gefallen wäre. Ich tat mein Möglichstes, um dies zu verhindern, indem ich mich hinten auf die Kisten setzte, um sie an ihrem Platz festzuhalten. Leider aber steckte das Floß nun fest, besonders deshalb, weil ich meinen Posten bei den Kisten nicht verlassen durfte. In dieser Situation verharrte ich beinahe eine halbe Stunde. Dann aber brachte mich das steigende Wasser ein wenig mehr ins Gleichgewicht, kurz darauf wurde mein Floß wieder flott, ich stieß mit dem Ruder ab und gelangte endlich in die Mündung eines kleinen Flusses, zwischen dessen engen Ufern die Flut sich in heftigem Strome bewegte. Jetzt sah ich mich nach einem geeigneten Landungsplatz um, in dem ich besonders wünschte, einen solchen nicht allzu weit Fluss aufwärts zu finden, denn in der Hoffnung, bald ein Schiff auf dem Meere zu erspähen, hatte ich beschlossen, dem Ufer so nahe wie möglich zu bleiben. Endlich entdeckte ich zur rechten Seite der Bucht eine kleine Einbiegung, zu dieser trieb ich mit großer Mühe das Floß, bis ich ihr so nahe kam, dass ich mit meinem Ruder Grund fand und geradewegs einlaufen konnte. Hier aber wäre beinahe abermals meine ganze Ladung zugrunde gegangen, die Küste fiel nämlich dort ziemlich steil ab und wenn ich landen wollte, musste das eine Ende meines Fahrzeugs, sobald es auf den Strand stieß, wieder hoch, das andere wieder so tief zu liegen kommen, dass meine Beute dadurch gefährdet wurde. Da blieb mir denn nichts weiter zu tun, als den höchsten Grad der Flut abzuwarten, indem ich mit meinem Ruder wie mit einem Anker das Floß festhielt und das Floß wiederum möglichst dicht an eine flache Uferstelle drängte, welche voraussichtlich vom Wasser überflutet werden musste. Sobald dies geschehen war, mein Floß ging etwa einen Fuß tief im Wasser, trieb ich es auf jene flache Stelle und befestigte es da, indem ich an jedem Ende eines meiner zerbrochenen Ruder in den Grund stieß. So blieb ich liegen, bis die Ebbe das Floß und meine ganze Beute unversehrt auf dem Lande zurückließ. Meine nächste Aufgabe war jetzt, die Gegend auszukundschaften, einen geeigneten Platz für meine Niederlassung auszusuchen und mich umzusehen, wo ich meine Güter am sichersten unterbringen konnte. Ich wusste nämlich immer noch nicht, ob ich mich auf dem Festlande oder auf einer Insel befand, ob die Gegend unbewohnt sei oder nicht, ob es hier wilde Tiere gab oder keine. Etwa eine Meile von mir entfernt stieg ein Hügel steil empor, welcher den sich ihm nach Norden hin anreihenden Höhenzug überragte. Ich nahm eine von den Vogelflinten, eine Pistole und ein Pulverhorn zu mir und so bewaffnet trat ich meine Entdeckungsreise zum Hügel an. Von dort erkannte ich zu meiner großen Betrübnis, dass ich mich auf einer rings vom Meer umgebenden Insel befand. Kein Land war zu sehen, ausgenommen einige Felsen in ziemlicher Entfernung und zwei kleinere Inseln, die etwa drei Meilen westwärts ablagen. Ich bemerkte ferner, dass meine Insel unangebaut und, wie deshalb mit gutem Grunde anzunehmen, unbewohnt war, wenn es nicht etwa wilde Bestien dort gab, deren ich jedoch bis dahin keine wahrnahm. Nur eine große Menge mir unbekannter Vögel sah ich, von denen ich nicht zu sagen vermochte, ob sie essbar seien. Bei meiner Rückkehr schoss ich einen großen Vogel, der neben einem ansehnlichen Gehölz auf einem Baum saß. Das mochte wohl der erste Schuss sein, der hier seit Erschaffung der Welt vernommen wurde. Kaum war er gefallen, so erhob sich aus allen Gegenden des Waldes eine Unzahl von Vögeln verschiedenster Art, die alle durcheinander krächzten und schrien. Keine mir bekannte Art war darunter. Der von mir Erlegte schien, nach der Farbe und dem Schnabel zu schließen, der Familie der Habichte anzugehören. Indem ich mich vorläufig mit diesen Ergebnissen meiner Entdeckungswanderung begnügte, ging ich zu meinem Floß zurück und beschäftigte mich den Rest des Tages damit, die Ladung an Land zu bringen. Da ich mich fürchtete, auf bloßer Erde zu schlafen, wegen der etwa vorhandenen wilden Tiere, später zeigte sich, dass diese Furcht unbegründet gewesen war, verbarrikadierte ich mich, so gut es ging, mit den Kisten und Brettern, die ich ans Ufer gebracht hatte, und baute mir daraus für mein nächstes Nachtlager eine Art von Hütte. Was meinen Speiseplan anging, hatte ich vorläufig nichts Brauchbares bemerkt, außer einigen Hasen-ähnlichen Tieren, die aus dem Walde gelaufen kamen, in welchem ich den Vogel geschossen hatte. Ich bedachte nun, dass ich noch sehr mannigfach nützliche Gegenstände und vor allem das Tau- und Segelwerk aus dem Schiff verholen konnte. Daher beschloss ich, eine weitere Reise an Bord des gestrandeten Fahrzeugs zu unternehmen. Mit einiger Furcht hatte ich daran gedacht, während meiner Abwesenheit vom Lande könnten meine dort befindlichen Lebensmittel geraubt sein, doch fand ich bei meiner Rückkehr keinerlei Spuren eines Gastes. Nur sah ich ein Tier, ähnlich einer wilden Katze, auf einer der Kisten sitzen, das, als ich näher kam, eine Strecke fortlief und dann stehen blieb. Es saß ganz ruhig da und sah mir ins Gesicht, als ob es Lust habe, meine Bekanntschaft zu machen. Ich zielte mit dem Gewehr nach ihm, aber das verstand es nicht, wenigstens machte es keine Miene wegzulaufen. Hierauf warf ich ihm ein Stück Zwieback zu, obwohl ich nicht sehr freigiebig damit sein durfte, da mein Vorrat nicht weit reichte. Das Tier lief darauf zu, beschnüffelte es, fraß es auf und sah mich dann vergnügt an, als ob es noch mehr verlange, da es sah, dass nichts mehr zu erwarten sei, lief es fort. Nachdem ich meine zweite Ladung ans Land gebracht, hätte ich am liebsten vor allen Dingen die Pulverfässer geöffnet, um den Inhalt nach und nach, denn es waren große, schwere Behälter, fortzuschaffen. Doch hielt ich es für Geratener, mir zunächst aus Segeltuch und einigen Pfählen, die ich zu diesem Zwecke gefällt hatte, ein Zelt zu errichten. Sobald dies fertig war, brachte ich alles hinein, was durch Regen oder Sonne beschädigt werden konnte. Rund um das Zelt türmte ich sämtliche leere Kisten und Fässer auf, um mich gegen plötzliche Angriffe von Menschen oder Tieren zu sichern. Daraufhin verschloss ich den Eingang mit einigen Brettern von innen und mit einem leeren Kasten von außen, breitete ein Bett auf den Boden, legte meine zwei Pistolen und meine Flinte neben mich, ging dann zum ersten Mal wieder zu Bett und schlief die ganze Nacht sehr ruhig. Meine Müdigkeit war begreiflich genug, da ich die vorige Nacht nur wenig geschlafen und den letzten Tag über tüchtig gearbeitet hatte. Wiewohl ich jetzt das größte Magazin von Gegenständen besaß, das wohl jemals ein einzelner Mensch um sich her aufgehäuft hat, gab ich mich dennoch nicht damit zufrieden. Denn da das zertrümmerte Schiff noch in seiner früheren Stellung verharrte, glaubte ich mich verpflichtet, daraus zu holen, was ich nur bekommen konnte. So ging ich denn jeden Tag bei niedrigem Wasser an Bord und schaffte diesen und jenen Gegenstand herüber. Das dritte Mal holte ich mir, so viel ich vermochte, vom Takelwerk, alle dünnen Seile und Stricke, ein Stück Leinwand, das zum Ausbessern der Segel bestimmt war, und das Fass mit dem nassen Pulver. In der Folge bemächtigte ich mich nach und nach des sämtlichen Segeltuchs, ließ es jedoch nicht ganz, sondern schnitt es kurzerhand in Stücke, da es nur noch als bloße Leinwand zu verwenden war. Wie groß aber war meine Freude, als ich nach fünf oder sechs solcher Fahrten, während ich schon glaubte, das Schiff enthalte nichts Brauchbares mehr für mich, noch eine große Tonne mit Brot, drei ansehnliche Behälter mit Rum und Spiritus, eine Schachtel mit Zucker und ein Fässchen mit feinem Mehl entdeckte. Ich leerte die Brottonne aus, wickelte die Brote einzeln in Segelstücke und brachte alles wohlbehalten ans Ufer. Von jetzt an begab ich mich täglich zum Schiffswrack. Als ich mich anschickte, zum zwölften Mal an Bord zu gehen, fühlte ich, dass sich der Wind erhob. Dennoch trat ich während der Ebbe die Fahrt an. Ich entdeckte denn auch, obwohl ich geglaubt hatte, die Kajüte schon völlig ausgeräumt zu haben, darin noch eine Kommode, in der sich mehrere Rasiermesser, ein paar große Scheren und zehn bis zwölf gute Messer und Gabeln befanden. In einem anderen Behälter aber lag ein Häufleidengeld, etwa 36 Pfund wert, in europäischen und brasilianischen Gold- und Silbermünzen. Bei diesem letzteren Anblick konnte ich mich eines ironischen Lächelns nicht erwehren. O elender Plunder, rief ich, wozu taugst du mir nun? Eines jener Messer nützt mehr als dein ganzer Haufen. Bleib, wo du bist, und ertrinke wie ein Tier, um das es sich nicht verlohnt, ihm das Leben zu retten. Nach besserer Überlegung nahm ich jedoch trotzdem das Geld mit. Ich wickelte meine sämtliche Beute in ein Stück Leinwand und schickte mich an, ein neues Floß herzustellen. Während ich eben daran gehen wollte, sah ich, dass der Himmel sich umzog. Zugleich steigerte sich der Wind und nach einer Viertelstunde wehte eine ganz frische Brise vom Lande her. Sofort überlegte ich, dass ich mit einem Floß nicht dem Wind entgegenlanden könne und dass ich vor Beginn der Flut hinüber sein müsse, wenn ich überhaupt ans Ufer gelangen wolle. Da sprang ich denn ohne weiteres ins Wasser und schwamm zur Küste, allerdings nicht ohne erhebliche Anstrengung, teils wegen des Gewichts, das ich zu tragen hatte, teils wegen der Strömung des Wassers. Denn der Wind war heftig geworden und bis die volle Flut eintrat, hatte sich ein ordentlicher Sturm erhoben. Da aber war ich schon wohlbehalten bei meinem kleinen Zelt angelangt, wo ich meinen ganzen Reichtum um mich herum ausgebreitet sicher lag. Es stürmte die ganze Nacht hindurch und als ich am Morgen mich umsah, war das Schiff verschwunden. Nun gereichte es mir zum großen Trost, dass ich keine Zeit und Mühe versäumt hatte, was mir nützlich sein konnte, aus demselben herüber zu schaffen. Ich konnte jetzt von dem Fahrzeug und dem, was es etwa noch enthielt, nichts mehr hoffen und höchstens darauf bedacht sein, zu retten, was vom Winde an den Strand getrieben werden würde. In der Tat geschah das später mit mehreren Stücken, die ich jedoch wenig zu nutzen vermochte. Jetzt vertiefte ich mich gänzlich in die Überlegung, wie ich mich gegen die Wilden, wenn solche sich etwa zeigen sollten, oder gegen die Bestien, wenn solche auf der Insel wären, zu schützen hätte. Ich war anfangs unschlüssig, ob ich mir eine Höhle in die Erde graben oder ein Zelt errichten solle. Endlich entschloss ich mich beides zu tun. Die Art und Weise, wie ich es bewerkstelligte, wird dem, der meinen Bericht hört, nicht uninteressant sein. Ich erkannte bald, dass die Gegend der Insel, in der ich mich damals aufhielt, zu einer Niederlassung nicht geeignet sei, teils weil der Boden dort tief gelegen, sumpfig, dem Meere zu nah und auch ungesund war, und teils weil sich kein frisches Wasser in der Nähe befand. Ich beschloss daher, einen gesünderen und passenderen Platz auszusuchen. Vor allem, sagte ich mir, werden folgende Umstände bei dieser Wahl ins Auge zu fassen sein. Erstens, gesunde Lage und frisches Wasser, so dann, Schutz vor der Sonnenhitze, Sicherung vor wilden Menschen oder Tieren, endlich ein freier Ausblick auf die See, damit du, wenn Gott dir ein Schiff auf Seeweite nahe kommen lässt, nicht die Gelegenheit zu deiner Befreiung versäumst. Denn ich hatte noch keineswegs aufgegeben, auf diese zu hoffen. Bei dem Suchen nach einer geeigneten Stelle fand ich dann auch eine kleine Ebene neben einem felsigen Hügel, der steil hinabfiel, sodass von oben her kein lebendes Wesen so leicht an mich herankommen konnte. An der Seite dieses Felsens war eine Höhlung wie der Eingang zu einem Keller, ohne dass jedoch der Felsen an dieser Stelle wirklich ausgehöhlt gewesen wäre. Auf dieser grünen Fläche nun, gerade vor der Höhlung, beschloss ich mein Zelt aufzuschlagen. Der Ebeneplatz fiel an seinem Ende unregelmäßig gegen das Meer hin ab. Ehe ich das Zelt errichtete, zog ich vor der Höhlung einen Halbkreis. In diesem Halbkreis pflanzte ich zwei Reihen Palisaden, die ich in den Boden schlug, bis sie fest wie Pfeiler standen. Sie ragten fünf und einen halben Fuß von der Erde empor und waren oben zugespitzt. Beide Reihen standen in Spuckweite voneinander entfernt. Dann legte ich die aus dem Schiff abgeschnittenen Tauenden reihenweise zwischen die Pfähle und schlug andere Palisaden, die sich wie Strebepfeiler gegen jene stützten, auf der Innenseite in die Erde. Der so errichtete Zaun war dermaßen stark, dass weder Menschen noch Tiere ihn hätten durchbrechen oder übersteigen können. Am meisten Mühe bei der ganzen Arbeit kostete es mich, die Pfähle in dem Wald zu fällen, sie an Ort und Stelle zu schaffen und in den Boden einzutreiben. Als Eingang bestimmte ich aber nicht etwa eine Tür, sondern ich überstieg den Zaun stets mit Hilfe einer kurzen Leiter. Befand ich mich in der Einfriedung, so zog ich die Leiter hinter mir her und war so, wie ich glaubte, gegen alle Welt sicher verschanzt. Später musste ich einsehen, dass all diese Vorsichtsmaßregeln unnötig gewesen waren. In meine neue Festung brachte ich nun mit unsäglicher Mühe all meine Reichtümer, die Lebensmittel, die Munition, das Werkzeug und was ich sonst noch aus dem Schiff geborgen hatte. Dann errichtete ich mir ein großes Zelt und zwar um vor dem Regen, der zu gewisser Jahreszeit hier sehr heftig ist, geschützt zu sein. Es war ein doppeltes Zelt, das heißt, ich spannte über ein kleineres Zelt ein größeres, das ich oben mit einem Stück geteerter Leinwand bedeckte, welche ich unter den Schiffssegeln gefunden hatte. Statt in dem Bett, das ich an Land gebracht zu schlafen, nahm ich von jetzt an mein Nachtlager in einer sehr guten Hängematte, die früher dem Steuermann gehört hatte. In das Zelt brachte ich all meine Vorräte, die keine Nässe vertragen konnten. Nachdem ich nun meine Güter hereingeschafft hatte, verschloss ich den bis dahin offengelassenen Eingang und stieg von nun an, wie gesagt, mittels der Leiter aus und ein. Als nächstes machte ich mich daran, ein Loch in den Felsen zu graben, trug alle Erde und Steine, die ich dabei losarbeitete, durch das Zelt und legte sie terrassenförmig um den Zaun, sodass der Erdboden auf dessen Innenseite etwa anderthalb Fuß höher wurde als der äußere. Zugleich gewann ich dabei just hinter meinem Zelt eine Höhlung, die mir für meine Behausung als Keller diente. Schwere Arbeit und manchen Tag kostete es, bis ich alle diese Dinge zustande brachte. Aus der Zwischenzeit sind einige Umstände, die mein Nachdenken in Anspruch nahmen, nachträglich zu erwähnen. Einmal, während ich an meinem Zelt und an der Höhlung arbeitete, erhob sich ein starkes Gewitter. Aus dunklem, dicken Gewölk zuckte plötzlich ein Blitz und ein gewaltiger Donnerschlag folgte. Rascher noch als dieser Blitz überkam mich der Gedanke, oh weh, mein Schießpulver! Das Herz bebte mir bei der Überlegung, dass ein einziger Blitzstrahl meinen ganzen Vorrat vernichten könne, von dem, so meinte ich, auch die Ernährung meines Lebens gänzlich abhängig sei. Ich war von jenem Gedanken so betroffen, dass ich, sobald der Sturm vorüber war, alles andere stehen und liegen ließ, um nur Beutel und Kästen anzufertigen, in denen ich das Pulver verteilen und in kleinen Partien aufheben wollte, denn ich hoffte, es würde dann wenigstens nicht alles zu gleicher Zeit vom Feuer verzehrt werden. Diese Arbeit brachte ich in etwa 14 Tagen fertig. Ich teilte meinen Pulver in wenigstens 100 Häuflein, verbarg es in Löchern unter dem Felsen, damit es nicht nass werden sollte, und merkte mir aufs Genaueste die Orte, wo ich es aufbewahrt hatte. Diese Beschäftigung zur Sicherung meines Schießbedarfs unterbrach ich jeden Tag durch Pausen, in denen ich wenigstens einmal mit dem Gewehre ausging, sowohl zum Vergnügen, als auch um zu sehen, ob ich irgendetwas Essbares erlegen könne. Zu gleicher Zeit beabsichtigte ich hierbei, mich möglichst mit dem, was die Insel hervorbrachte, bekannt zu machen. Gleich auf dem ersten dieser Streifzüge entdeckte ich zu meiner großen Begeisterung, dass es hier Ziegen gab. Sie zeigten jedoch so viel Schlauheit, Vorsicht und Flinkheit, dass ihnen nur mit der allergrößten Schwierigkeit beizukommen war. Dennoch gab ich die Hoffnung nicht auf, hin und wieder eine davon mit der Flinte zu erwischen. Bei der Verfolgung ihrer Fährten beobachtete ich, dass sie, wenn sie sich auf dem Felsen befanden und mich im Tale erblickten, in größtem Schreck davon eilten, während sie dagegen im Tale weidend, wenn ich auf dem Felsen stand, mich gar nicht beachteten. Da ich hieraus schloss, dass sie durch die Stellung ihrer Augen genötigt seien, den Blick zur Erde zu richten und demzufolge nicht leicht Gegenstände über ihnen wahrnehmen könnten, wendete ich später den Kunstgriff an, ihnen immer von den Felsen aus beizukommen, von wo aus ich dann auch oft Gelegenheit hatte, Beute zu machen. Nachdem ich mich nun fest am Felsen angesiedelt hatte, fand ich es unumgänglich, mir einen Platz zur Feuerung und natürlich auch Brennmaterial zu verschaffen. Ehe ich aber berichte, wie ich dies bewerkstelligte, muss ich zunächst angeben, welche sehr verschiedenartigen Gedanken mir, seit ich die Insel bewohnte, durch den Kopf gingen. Die Aussicht, die sich vor meinem inneren Auge eröffnete, war sehr düster. Ich war an Dies Eiland getrieben worden, und zwar nur durch einen heftigen Sturm, der mich gänzlich von dem beabsichtigten Kurs und hunderte von Meilen weit von den gewöhnlichen Handelswegen verschlagen hatte. Daher hatte ich guten Grund anzunehmen, dass ich auf diesem öden Fleckchen Erde in trostloser Weise den Rest meines Lebens verbringen solle. Immer aber wurden diese Gedanken durch irgendeine andere Betrachtung rasch in eine abweichende Richtung geleitet, besonders einmal, als ich das Gewehr in der Hand am Strand über meine Lage nachdachte, da drängte sich mir die Erwägung auf, ja, es ist wahr, du bist in einer trostlosen Lage, aber gib dir doch Antwort auf dies. Wo sind deine Gefährten? Wart ihr nicht zu elft in eurem Boot? Wo sind die anderen zehn? Warum sind denn nicht sie gerettet, und warum bist nicht du untergegangen? Warum hast du allein diese Auszeichnung erfahren? Ist es besser hier zu sein? Oder dort in den Fluten? Hat man nicht die Pflicht, alles übel zugleich mit dem, was es Gutes bietet, zu betrachten und mit dem zu vergleichen, was schlimmer sein könnte? Dann fiel mir ein, wie gut für meinen Unterhalt hier gesorgt sei, und in einer wie viel schlimmen Lage ich mich befinden würde, wenn nicht zufällig das Schiff von dem Platz aus, an dem es gescheitert war, so nah ans Land getrieben worden war, dass ich rief ich in lautem Selbstgespräch aus, was würde ich ohne ein Gewehr, ohne Munition, ohne jedes Arbeitswerkzeug, ohne Kleider und Betten, ohne Zelt oder sonstiges Obdach angefangen haben? Dann erinnerte ich mich, dass ich jetzt alle diese Dinge reichlich besaß und mich auf dem Wege befand, mir meinen Unterhalt auch ohne die Gewehre verschaffen zu können, wenn meine Munition einmal verbraucht sein würde. Denn von Anfang an hatte ich darauf gedacht, wie ich für die Zeit, in der nicht nur mein Schießbedarf zu Ende sein, sondern auch meine Kraft und Gesundheit nachlassen werde, für mich sorgen wolle. Nun aber will ich den traurigen Bericht von einem einsamen Dasein, wie es vielleicht nie ein anderer Mensch auf Erden geführt hat, von seinem Beginner an erzählen und in aller Ordnung fortführen. Wir hatten nach meiner Berechnung den 30. September, als ich den Fuß zuerst auf das fürchterliche Eiland setzte. Es war also die Jahreszeit, in welcher bei uns die Sonne in der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche steht. Auf meiner Insel dagegen glühte sie fast senkrecht über meinem Scheitel. Wie ich durch eine Berechnung, die ich angestellt hatte, zu wissen glaubte, lag meine Insel 9 Grad 22 Minuten nördlich von der Äquatorlinie. Nach etwa zwölf Tagen fiel mir ein, dass, wenn ich keine Vorkehrungen treffe, ich aus Mangel an Büchern, Feder und Tinte in der Zeitrechnung irre werden müsse und bald sogar den Sonntag nicht mehr von den Wochentagen würde unterscheiden können. Um dies zu verhindern, erfand ich folgendes Auskunftsmittel. Ich schnitt mit meinem Messer auf eine große Tafel, die ich an einem Pfahl befestigte, den ich da, wo ich gelandet war, in die Erde getrieben hatte, die Worte ein, hier bin ich am 30. September 1659 gelandet. An den Seiten dieses viereckigen Pfahls machte ich täglich mit dem Messer einen Einschnitt, an jedem siebenten Tage einen doppelt so langen als an den übrigen und wiederum am ersten Tage jedes Monats eine doppelt so große Einkerbung als Monats und Jahresrechnung. Ich habe hier noch zu bemerken, dass unter den Gegenständen, die ich vom Schiffe gebracht hatte, sich einige an sich ziemlich wertlose, mir aber sehr nützliche befanden, die ich oben zu erwähnen unterlassen habe. Hierzu gehörten unter anderem Federn, Tinte, Papier, die ich zum Teil aus den Vorräten des Kapitäns, des Steuermanns und des Zimmermanns entnommen hatte, ferner mehrere Kompasse, einige mathematische Instrumente, Quadranten, Ferngläser, Karten und Schifffahrtsbücher. Das alles hatte ich zusammengerafft, ohne viel darüber nachzudenken, ob ich es jemals brauchen könne oder nicht. Auch drei gute Bibeln waren mir in die Hände gefallen. Ferner darf ich nicht vergessen, dass an Bord unseres Schiffes ein Hund und zwei Katzen gewesen waren, von denen ich im Verlauf meiner Geschichte noch zu reden haben werde. Denn die beiden Katzen hatte ich mitgenommen, der Hund aber war an dem Tage, nachdem ich die erste Floßfahrt gemacht hatte, von selbst aus dem Schiffe gesprungen und an Land geschwommen. Er war mir manches Jahr hindurch ein treuer Gefährte, trug und apportierte mir alles Mögliche und leistete mir Gesellschaft, so gut er vermochte. Ihn aber sprechen zu lehren, wollte nicht gelingen, so große Mühe ich mir auch gab. Wie schon bemerkt, hatte ich auch Federn, Tinte und Papier gefunden. Ich ging damit sehr sparsam um, zeichnete aber dennoch, solange der Vorrat reichte, alle meine Erlebnisse auf das Genaueste auf. Meine Vernunft begann allmählich Herr zu werden über meine verzweifelte Stimmung. Ich tröstete mich dadurch, dass ich das Gute meiner Lage dem Schlimmen derselben gegenüberstellte. Alles in allem ergab diese Übersicht, dass es zwar kaum eine unglücklichere Lage als die meinige in der Welt gab, dass aber doch negative und positive Umstände darin vorhanden waren, für die ich dankbar sein musste. Daraus mag man lernen, dass kein Zustand existiert, der nicht auch etwas Tröstliches bietet. Nachdem ich mich auf solche Weise mit meinem Zustand einigermaßen ausgesöhnt, dagegen aber die Hoffnung, auf der See ein Schiff zu erspähen, aufgegeben hatte, begann ich, mir das Leben so angenehm einzurichten, als es nur möglich war. Ich hatte mich daran gemacht, die Höhle zu erweitern und tiefer in den Felsen einzudringen. Dieser bestand aus lockerem Sandstein und gab leicht nach. Da ich mich gegen wilde Tiere doch hinlänglich geschützt glaubte, arbeitete ich mich ganz durch den Felsen durch und bekam so eine Tür nach außen hin, durch die ich meine Festung verlassen konnte. So hatte ich nicht nur einen Aus- und Eingang, sondern auch einen größeren Behälter für meine Besitztümer bekommen. Ich begann sofort, mir diejenigen Gegenstände anzufertigen, die mir die notwendigsten schienen, nämlich vor allem einen Tisch und einen Stuhl, da ich ohne diese nicht einmal die geringe Behaglichkeit, die mir auf der Welt geboten war, genießen konnte. Denn ohne Tisch hätte ich weder Schreiben noch Essen noch anderes mit einiger Bequemlichkeit vornehmen können. Ich hatte in meinem früheren Leben niemals Handwerkszeug zwischen den Fingern gehabt und trotzdem erkannte ich jetzt bald, dass es mir durch Arbeit, Ausdauer und Eifer möglich sein würde, alles, was ich brauchte, selbst anzufertigen. Zunächst machte ich mir aus den kurzen Latten, die ich auf meinem Floße aus dem Schiffe geholt hatte, Tisch und Stuhl. Ferner brachte ich, nachdem einige Bretter in der oben angegebenen Weise fertig geworden waren, große Fächer von anderthalb Fuß Breite übereinander an der Seitenwand meiner Höhle an, um alle meine Werkzeuge, Nägel und eisernen Geräte darauf zu legen und alles zur größeren Bequemlichkeit an einer bestimmten Stelle zu haben. Hierauf schlug ich Pflöcke in die Felswand, um mein Gewehr und anderes dergleichen daran zu hängen. Meine Höhle sah jetzt aus wie ein großes Magazin mit allen unentbehrlichen Dingen und ich hatte jegliches so zur Hand, dass diese Ordnung mir ein großes Vergnügen gewährte. Von nun an begann ich auch, ein Tagebuch zu führen und darin meine täglichen Beschäftigungen zu verzeichnen. Früher hatte es mir zu sehr an Ruhe, besonders an Gemütsruhe gefehlt. Bei der Ordnung meines Hauswesens fühlte ich aufs Neue, dass mir verschiedene Dinge doch noch sehr fehlten, zum Beispiel Lichter. Sobald es dunkel wurde, was gewöhnlich um sieben Uhr geschah, musste ich zu Bette gehen. Jetzt wünschte ich mir oft den Klumpen Bienenwachs, aus dem ich mir früher Kerzen gefertigt hatte, zurück. Um jenem Mangel abzuhelfen, fand ich kein anderes Mittel, als dass ich, so oft ich eine Ziege erlegt hatte, das Fett sammelte und ein kleines Lehmgefäß, das ich in der Sonne trocknete und mit einem Docht aus Taugarn versah, als Lampe benutzte. Sie leuchtete, wenn auch nicht ganz, doch fast so hell wie eine gewöhnliche Kerze. Während dieser Beschäftigung fiel mir, als ich einmal unter meinen Sachen kramte, ein Säckchen wieder in die Hand, das mit Korn gefüllt gewesen war. Der geringe Rest des Korns war von den Ratten im Schiff gefressen worden und ich hatte nur Hülsen und Staub in dem Säckchen bemerkt. Da ich dieses Säckchen zu einem anderen Zweck benutzen wollte, hatte ich die Kornhülsen in einer Ecke meiner kleinen Festung ausgeschüttet. Das war kurz vor dem großen Regen. Ich hatte mit keinem Gedanken mehr daran gedacht, als ich etwa einen Monat später einige grüne Halme aus dem Boden ragen sah, die ich anfangs für eine früher nicht bemerkte Pflanze hielt. Aber wie war ich erstaunt, als ich kurze Zeit darauf sich zehn bis zwölf Ähren daraus entwickeln sah, die ich als vollkommen gute grüne Gerste der europäischen oder vielmehr der englischen Art erkannte. Da ich davon überzeugt war, dass ich dergleichen noch mehr hier befinde, suchte ich auf dem ganzen mir bekannten Teil der Insel in allen Ecken und unter jedem Felsen nach weiteren Ähren, aber ich entdeckte keine. Endlich fiel mir ein, dass ich ja den Sack mit dem Hühnerfutter an jener Stelle ausgeschüttet hatte. Wie man sich denken kann, bewahrte ich die Ähren, sobald sie reif geworden waren. Es geschah gegen Ende des Juni sorgfältig auf. Ich beschloss, die darin enthaltenen Körner wieder auszusäen und hoffte dadurch bald, eine hinreichende Menge zu erhalten, um Brot daraus bereiten zu können. Jedoch durfte ich mir erst im vierten Jahre erlauben, von diesem Korn zu essen und selbst dann nur sparsam. Ich verlor nämlich die ganze erste Aussaat, weil ich nicht die geeignete Zeit beobachtet und sie unmittelbar vor den trockenen Monaten ausgestreut hatte, so dass sie nicht aufkam oder wenigstens nicht in erwünschter Menge Frucht trug. Außer der Gerste fand ich auch 20 bis 30 Reishalme, die ich mit gleicher Sorgfalt aufhob und in gleicher Weise benutzte. Ich entdeckte nämlich eine Methode, die Körner zu kochen, statt das Mehl davon zu backen, wobei mir auch das letztere später gelang. Nach einiger Zeit beschäftigte ich mich auch mit der Anglerei. Als ich das erste Mal mit der Angel fischte, erbeutete ich zunächst keinen essbaren Fisch. Fast schon war ich der Beschäftigung müde und war im Begriff heimzukehren, als ich einen jungen Delfin fing. Ich hatte mir nämlich aus Taugarn eine lange Schnur gemacht und damit fortan Fische genug gefangen, wenigstens so viele, wie für meine Mahlzeit nötig waren. Um sie verspeisen zu koennen, pflegte ich sie an der Sonne zu trocknen. Und wo wir beim Thema Speiseplan sind. Durch Zufall fand ich eines Tages am Strand eine große Schildkröte. Es war nach fast einem Jahr die erste, die ich seit meiner Anwesenheit auf der Insel sah. Hätte mich der Schiffbruch auf die andere Seite der Insel verschlagen, hätte ich täglich, wie ich später sah, Schildkröten zu Hunderten bekommen koennen. Jedoch wäre mich das vielleicht teuer zu stehen gekommen. Als ich die Schildkröte zu kochen versuchte, fand ich in ihr etwa sechzig Eier. Das Fleisch schien mir das saftigste und wohlschmeckendste, das ich je in meinem Leben genossen hatte, nachdem ich auf diesem trostlosen Eiland ja seit meiner Ankunft nur Ziegen- und Vogelfleisch gegessen hatte. Ich befand mich jetzt schon über zehn Monate auf meiner einsamen Insel. Eine Möglichkeit, aus meiner trostlosen Lage befreit zu werden, schien es nicht zu geben, weil ich fest glaubte, es habe noch nie ein menschliches Wesen außer mir einen Fuß auf diese Erde gesetzt. Da ich jetzt das Gefühl hatte, meine Behausung hinlänglich gesichert zu haben, spürte ich lebhaftes Verlangen, die Insel genauer kennenzulernen und zu untersuchen, was für mir noch unbekannte Erzeugnisse darauf zu finden seien. Zunächst begab ich mich zu der kleinen Bucht, in die ich mein Floß gesteuert hatte. Nachdem ich von dort aus den Fluss etwa zwei Meilen Strom aufwärts verfolgt hatte, bemerkte ich, dass hier die Flut nicht weiterging und dass die Bucht sich in einem kleinen, reißenden Bach von sehr frischem und klarem Wasser fortsetzte. An den Ufern des Baches traf ich auf liebliche, grasreiche Wiesen und an den höher gelegenen Uferstellen grünten zahlreiche Tabaksblätter auf starken und hohen Stängeln. Auch andere, mir aber unbekannte Pflanzen, die vielleicht, ohne dass ich es wusste, besondere, gute Eigenschaften besaßen, fand ich dort. Ich suchte vor allem nach der Maniok-Pflanze, welche den Indianern in diesen Erdgegenden überall statt des Brotes dient, aber es war keine zu sehen. Dagegen bemerkte ich etwas wildes, aber leider verkümmertes Zuckerrohr, das ich von meiner Plantage in Brasilien nur zu gut kannte. Etwas weiter vorgedrungen stieß ich auf das Ende des Baches und der Wiesen und die Gegend fing an, waldiger zu werden. Hier fand ich verschiedene Früchte, besonders eine Menge Melonen und Weintrauben. Die Reben ranken sich von Baum zu Baum und die Beeren waren gerade in voller Reife. Diese überraschende Entdeckung erfreute mich sehr, denn ich machte mir die Trauben vortrefflich zunutze. Ich hob sie nämlich in der Sonne getrocknet als Rosinen auf, die mir für die Zeit, wenn es keine Trauben mehr geben würde, als eine angenehme Speise dienen sollten. Da ich den ganzen Abend an jenem Platze verweilt hatte, konnte ich nicht mehr zu meiner Behausung zurückkehren. Zum ersten Mal schlief ich nicht zu Hause, das heißt, ich erstieg wieder wie in der ersten Nacht nach meiner Ankunft auf der Insel einen Baum und ruhte dort ausgezeichnet. Am anderen Morgen setzte ich meinen Weg fort, und zwar nach meiner Berechnung etwa vier Meilen das Tal entlang, das ich zwischen zwei Hügelreihen nordwärts erstreckte. Am Ende meiner Wanderung kam ich zu einer Lichtung, von der aus die Gegend sich westlich auszudehnen schien. Ein frischer Quell, der seitwärts von mir an einer Anhöhe entsprang, nahm seinen Weg nach Osten hin. Die Landschaft bot einen üppig blühenden, saftig grünen Anblick und erschien wie ein wohlgepflegter Garten. Ich stieg ein wenig an der Seite dieses lieblichen Tals herab und überblickte es mit einer Art wehmütiger Freude in dem Gedanken, dass dies alles mir gehöre, dass ich unbestreitbarer Herr und König dieses Landes sei. Ringsumher standen Kokosnussbäume in großen Mengen, auch Orangen, Limonen und Zitronenbäume, aber alle wild und im Moment nur mit wenigen Früchten behangen. Die grünen Limonen schmeckten bereits wunderbar und später verschaffte mir der Saft, den ich mit Wasser mischte, auch ein sehr gesundes, kühles und labendes Getränk. Ich hatte nun alle Hände voll zu tun, um Früchte zu sammeln und heimzubringen, da ich beabsichtigte, mir einen Vorrat von Trauben, Limonen und Zitronen für die Regenzeit, die bevorstand, zu sammeln. Zu diesem Zweck häufte ich eine große Menge von Trauben auf, sammelte eine kleinere an einem anderen Platze und etliche Limonen auf einem dritten Haufen. Einige der Früchte nahm ich sofort mit nach Hause, den Rest gedachte ich in einem Beutel oder Sack später zu holen. Zu meiner Wohnung zurückgelangt fand ich, dass die Trauben, die ich bei mir trug, unterwegs verdorben waren. Ihre eigene Schwere hatte die Beeren zerdrückt, während die wenigen Limonen, die ich mitgenommen hatte, unversehrt geblieben waren. Am nächsten Tage ging ich mit zwei kleinen Säcken versehen aus, um meine Ernte zu holen, aber wie erstaunte ich, als ich zu meinen aufgehäuften Trauben kam, sie zerstreut, zerrissen, zertreten und zum Teil verzehrt fand. Ich schloss daraus, dass das Unheil von wilden, mir unbekannten Tieren angerichtet sei. Da ich also die Trauben weder aufgehäuft liegen lassen, noch heil in meinen Säcken mitnehmen konnte, hing ich sie kurzerhand an Baumzweigen auf, um sie in Sicherheit von der Sonne trocknen zu lassen. Von den Zitronen und Limonen nahm ich dagegen so viel mit, wie ich nur zu tragen vermochte. Auf dem Heimweg betrachtete ich mit großer Freude die Fruchtbarkeit des Tals und die Lieblichkeit der Gegend, die auch vor Stürmen geschützt und mit Wasser und Holz reichlich versehen war. Jetzt machte ich mir Vorwürfe, dass ich meine Behausung törichterweise an einer Stelle angeschlagen hatte, die in der ungünstigsten Gegend der Insel gelegen war und begann ernstlich an einen Umzug zu denken und mich nach einem Obdach, das gleiche Sicherheit wie mein jetziges biete, in diesem reizenden, fruchtbaren Teil des Landes umzusehen. Bald schon kam ich zu der Einsicht, dass ich auf keinen Fall meine Wohnung verändern dürfe. Da ich aber förmlich verliebt in jene Gegend war, baute ich mir eine Art von kleiner Laube, die ich in einiger Entfernung mit einem starken Zaun so hoch, als ich mit den Armen reichen konnte, umgab. Dort schlief ich zuweilen mehrere Nächte hintereinander ganz ruhig, indem ich den Zaun wie den um meine alte Wohnung mit einer Leiter überkletterte. So konnte ich mir denn einbilden, jetzt ein Landhaus und ein Haus an der Küste zu besitzen. Jene Arbeiten nahmen mich bis Anfang August in Anspruch. Kaum hatte ich die Einfriedung vollendet und fing an, mich der Früchte meiner Arbeit zu erfreuen, als die Regenzeit mich fest in meiner Behausung an der Küste einschloss. Zwar hatte ich mir an meinem Landsitz von einem Stück Segel gleichfalls ein Zelt errichtet, doch fehlte mir dort der Schutz eines Hügels, um die Stürme abzuhalten, sowie auch eine Höhle, um darin bei ungewöhnlich starkem Regen Schutz zu suchen. Anfang August schienen mir die aufgehängten Trauben hinlänglich trocken. Sie waren auch wirklich zu trefflichen Rosinen geworden. Ich fing an, sie von den Bäumen abzunehmen, und das war gut, denn der Regen würde sie außerdem bald verdorben und mich um den besten Teil meines Wintervorrats gebracht haben. Nachdem ich nämlich über 200 große Trauben eingeheimst und in meine Höhle geschafft hatte, begann der Regen und dauerte zwei Monate bis Mitte Oktober. Einige Male war er so heftig, dass ich mehrere Tage hindurch meine Höhle keinmal verlassen konnte. Während dieser Zeit wurde ich durch einen Familienzuwachs sehr überrascht. Ich hatte eine Weile in Sorgen um eine meiner Katzen gelebt, die verschwunden gewesen war, sodass ich geglaubt hatte, sie sei umgekommen. Nachdem sie geraume Zeit nichts von sich hatte sehen und hören lassen, kam sie plötzlich gegen Ende August mit drei Jungen heim. Dies befremdete mich sehr. Zwar hatte ich einmal eine wilde Katze geschossen, aber wie mir schien, war dieselbe von der europäischen Art völlig verschieden gewesen, und ich hatte daher geglaubt, die hier einheimische Art würde sich mit jener nicht paaren. Die Kätzchen glichen aber ganz der Mutter. Meine Mahlzeiten hatte ich jetzt folgendermaßen geregelt. Zum Frühstück genoss ich einige Rosinen, als Mittagessen ein Stück gedörrtes Ziegenfleisch oder etwas geröstete Schildkröte, denn um zu kochen, mangelte es zu meinem großen Bedauern an einem tauglichen Gefäß. Mein Abendessen bestand regelmäßig aus einigen Schildkröteneiern. Jetzt, wo ich allmählich die Regelmäßigkeit im Eintreten der trockenen und nassen Jahreszeit erkannt hatte, war ich auch imstande, für jede die richtigen Vorkehrungen zu treffen. Ich beobachtete, dass das Jahr hier nicht wie in Europa in Sommer und Winter, sondern in regnerische und trockene Zeiten zerfiel. Das Verhältnis stellte sich so, die Hälfte des Februars, der März und der halbe April gehörten zur Regenzeit, da dann die Sonne der Tag- und Nachtleiche nahe war. Der halbe April, der Mai, Juni, Juli und der halbe August, wenn die Sonne nördlich des Äquators stand, waren trocken. Die zweite Hälfte des August, der September und der halbe Oktober gehörten wieder zur Regenzeit. Dagegen zählte zur trockenen Periode der Rest des Oktobers, der November, Dezember, Januar und die erste Hälfte des Februars, wenn die Sonne südlich des Äquators stand. Zuweilen dauerte die Regenzeit länger oder kürzer, je nachdem, wie der Wind wehte. Immer trug ich Sorge dafür, mich stets mit den nötigen Vorräten zu versehen, um während der regnerischen Monate zu Hause bleiben zu können. Diese Zeit verwendete ich sehr zweckmäßig, um mich mit allerlei Dingen auszurüsten, deren Herstellung nur durch schwere und langwierige Arbeit zu bewirken war. So fertigte ich mir während der Regenzeit eine Menge von Körben, teils um Erde oder anderes darin zu tragen, teils um allerlei darin aufzubewahren. Meine Arbeit geriet zwar nicht sehr schön, aber ihre Resultate waren doch vollkommen zweckentsprechend. Später trug ich Sorge, immer einen Vorrat von Körben zu haben und fertigte mir, sobald die früheren abgenutzt waren, eine Anzahl neue. Dabei kam es mir besonders darauf an, die Körbe möglichst stark und tief zu machen, um darin statt in Säcken mein Korn aufbewahren zu können, wenn ich davon einmal einen großen Vorrat haben würde. Bald verspürte ich große Lust, die ganze Insel kennenzulernen. Aus diesem Grunde beschloss ich einmal, meinen Weg längs der Seeküste auf der anderen Seite der Insel zu nehmen und machte mich denn auch mit meiner Flinte, einem Beil, meinem Hund und mit einer größeren Menge an Pulver und Blei als gewöhnlich, sowie mit zwei Zwiebacken und einem großen Bündel Rosinen in meinem Beutel auf die Wanderung. Nachdem ich das Ende des Tals, in welchem sich meine Laube befand, passiert hatte, bekam ich bald das Meer in Sicht. Da es ein außerordentlich heller Tag war, entdeckte ich plötzlich in der Ferne Land, konnte aber nicht unterscheiden, ob es eine Insel oder Festland sei. Es lag hoch und streckte sich von Westen nach West-Südwesten in langer Ausdehnung hin. Nach meiner Berechnung musste es mindestens 15 bis 20 Meilen von meiner Insel entfernt sein. Es war mir unbekannt, was für ein Stück Erde das sein mochte. Nur so viel glaubte ich zu wissen, dass es zu Amerika gehöre und allen meinen Beobachtungen nach in der Nähe der spanischen Besitzungen liegen müsse. Vielleicht mochte es von Wilden bewohnt sein und wenn ich dort an Land geraten wäre, hätte ich mich wohl noch in schlimmerer Lage befunden als hier. Unter solchen Gedanken schritt ich gemächlich weiter. Wie ich bemerkte, war die Inselseite, auf der ich mich jetzt befand, weit anmutiger als die meinige. Es gab hier blumengeschmückte Savannen oder Wiesen und schönes Gehölz fand sich in Menge. Ich erblickte eine große Anzahl von Papageien und es überkam mich stark die Lust, mir einen zu fangen, um ihn zu zähmen und sprechen zu lehren. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es mir auch, eines jungen Tieres dieser Vogelart habhaft zu werden, das ich mit einem Stock vom Baume schlug und nachdem es sich erholt hatte, nach Hause trug. Es dauerte mehrere Jahre, bis dieser Papagei sprechen lernte. Endlich aber hatte er gelernt, mich ganz verständlich bei meinem Namen zu rufen. Während meiner Entdeckungsreise legte ich nicht viel mehr als zwei Meilen pro Tag zurück. Dennoch kehrte ich stets durch viele Umwege, die ich absichtlich einschlug, müde genug zu dem Platz zurück, den ich zu meinem Nachtlager bestimmt hatte. Ich schlief dort entweder auf einem Baum oder bildete mir eine Einfriedung, indem ich rings um mich her Pfähle einsteckte oder solche von einem Baum zum anderen legte. So konnten wilde Tiere nicht in meine Nähe kommen, ohne dass ich aufwachte. Wieder an das Meeresufer gelangt, sah ich mit Erstaunen, dass hier der Strand von unzähligen Schildkröten bedeckt war, während ich deren auf der anderen Seite binnen anderthalb Jahren nur drei gefunden hatte. Auch eine große Menge von Vögeln gab es hier, von denen mir einige bisher noch nicht zu Gesicht gekommen waren. Manche darunter lieferten leckere Mahlzeiten, dem Namen nach erkannte ich darunter nur die sogenannten Fettgänse. Wiewohl es eine Leichtigkeit gewesen wäre, von diesen so viel mir Beliebte zu schießen, begnügte ich mich, da ich mit Pulver und Blei sehr sparsam umging, lieber damit, mir eine Ziege zu erlegen, die mir längeren Unterhalt gewährte. Zwar gab es hier auch von diesen Tieren eine Menge, sogar eine noch größere als auf meiner Inselseite. Mir fiel es aber schwerer, an sie heranzukommen, da sie mich wegen der Flachheit der Gegend immer sehr bald bemerkten. Dieser ganze Teil des Eilands behagte mir weit besser als der, wo ich mich niedergelassen hatte, und dennoch fühlte ich nicht die geringste Lust, meine Wohnung zu verlassen, denn durch die Gewohnheit war diese mir lieb geworden. Ich ging an der Küste ungefähr zwölf Meilen ostwärts, pflanzte dort einen großen Pfahl als Merkzeichen am Strand auf und beschloss dann heimzukehren. Meinen nächsten Ausflug gedachte ich, entlang der anderen Seite der Insel zu machen und so in die Runde zu gehen, bis ich wieder an jenem Pfahl ankäme. Auf meiner Heimwanderung fing mein Hund ein Ziegenlamm, das ich, herbeigeeilt, während es noch am Leben war, ihm wieder entriss. Ich wollte es mit nach Hause nehmen, da ich schon darüber nachgedacht hatte, ob es nicht gelingen könne, einen oder zwei Lämmer zu fangen und mir so für die Zeit, wenn mein Pulver und Blei verbraucht sein würde, eine Zucht von zahmen Ziegen anzulegen. So machte ich denn dem kleinen Geschöpf ein Halsband und führte es an einer Leine, die ich mir aus etwas Taugarn anfertigte, bis zu meiner Laube, wo ich es einschloss und zurückließ. Denn ich brannte vor Ungeduld, nach mehr als einmonatlicher Abwesenheit wieder nach Hause zu kommen. Ich kann nicht beschreiben, mit welcher Freude ich meine alte Behausung begrüßte und mich in meine Hängematte schlafen legte. Die kleine Reise, auf der ich wie ein Nomade gelebt hatte, war mir so wenig angenehm gewesen, dass mein eigenes Haus, wie ich es nannte, mir jetzt als ein wohlgeordnetes Heim erschien. Alles um mich herum mutete mich so traulich an, dass ich mir vornahm, mich so lange ich auf der Insel verweilen müsste, nicht wieder auf eine so weite Strecke zu entfernen. Eine Woche hindurch hielt ich Ruhe, um mich von den Anstrengungen meiner Wanderung zu erholen. Den größten Teil dieser Zeit nahm ein wichtiges Geschäft in Anspruch. Ich fertigte nämlich für meinen Papagei, der sich schon wie zu Hause bei mir fühlte und gar gut bekannt mit mir geworden war, einen Käfig an. Dann dachte ich an das arme Ziegenlamm, das ich in meiner kleinen Umfriedung eingesperrt hatte und ging es zu holen und ihm zu fressen zu geben. Zwar fand ich es noch am alten Ort, aber es war halb verhungert. Ich schnitt Zweige von Bäumen und Sträuchern ab, warf sie ihm vor und nachdem es gefressen hatte, wollte ich es wie früher anbinden, um es nach Hause zu leiten. Aber es war durch den Hunger so zahm geworden, dass es nicht nötig schien, es zu fesseln, denn es folgte mir aus freien Stücken wie ein Hund. Ich fütterte es dann regelmäßig und das Tierchen wurde so anmutig, zutraulich und zahm, dass es nun auch zu meiner Familie gehörte und nicht wieder von mir weichen wollte. Jetzt war wiederum die Regenzeit der herbstlichen Tag- und Nachtleiche gekommen und ich beging den 30. September in feierlicher Weise, den Jahrestag meiner Landung. Zwei Jahre waren seit dieser nun vergangen und meine Aussicht auf Befreiung schien noch nicht größer als am ersten Tage. Ich verwendete den ganzen 30. September zu demütiger, dankbarer Erinnerung an die vielen wunderbaren Gnadenerweisungen, die mir in meiner Einsamkeit zuteil geworden waren und ohne die mein Elend unendlich viel größer gewesen sein würde. Aus tiefstem Herzen war ich dankbar für die Erkenntnis, dass ich in dieser Einsamkeit sogar glücklicher war, als ich es inmitten menschlicher Gesellschaft und unter allen Freuden der Welt sein konnte. Es waren jetzt die Monate November und Dezember herangekommen und ich hoffte bald, eine Ernte von meinem Reis und Korn zu gewinnen. Aber ich sah mein Getreidefeld von allerlei Feinden bedroht, die ich nur mit Mühe von ihm fernhalten konnte. Vor allem durch die Ziegen und die Hasen ähnlichen Tiere, welche Geschmack an den Halmen gefunden hatten und Tag und Nacht daran fraßen, so dass viele Halme nicht zu Ähren aufgehen konnten. Hierfür sah ich kein anderes Mittel der Abhilfe, als dass ich mit großer Arbeit und Eile eine Einfriedung um das Stück Land zog. Innerhalb von drei Wochen war das kleine Feldstück vollkommen eingehegt und da ich bei Tage mehrmals einige von den Tieren schoss und es nachts meinen Hund, den ich an einen der Pfähle band, wo er die ganze Nacht hindurch bellte, zum Wächter setzte, so zogen sich die Feinde binnen kurzer Zeit weg und das Korn wuchs hoch heran, stand gut und begann zusehends zu reifen. Wie mir aber früher die vierfüßigen Tiere Schaden zufügten, solange das Korn grün war, so drohten ihm jetzt, als es Ähren trug, die Vögel. Als ich das Feld besuchte, um zu wissen, wie es gedeie, fand ich eine Menge gefiedertes Volk ringsherum, das nur auf den Augenblick zu warten schien, bis ich mich entfernt hatte. Sofort gab ich, da ich mein Gewehr bei mir trug, Feuer unter den Schwarm und alsbald erhob sich mitten aus dem Korn eine Wolke von Vögeln, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Dies ärgerte mich sehr, denn ich sah voraus, dass binnen weniger Tage meine ganze Hoffnung zunichte seien und dass ich es niemals zu einer ordentlichen Ernte bringen würde. Daher beschloss ich, meinen Korn, wenn möglich, zu retten und wenn ich es auch Tag und Nacht bewachen sollte. Zuerst untersuchte ich den schon angerichteten Schaden und fand, dass die Vögel eine Menge Körner bereits gefressen hatten. Da diese aber noch zu grün waren, fiel der Verlust nicht so hoch aus und wenn ich den Rest rettete, so konnte die Ernte wohl immer noch eine Gute werden. Während ich bei dieser Gelegenheit neben dem Feld stehend mein Gewehr lud, sah ich die Diebe rings auf allen Bäumen sitzen, als ob sie nur auf mein Weggehen warteten. Deshalb tat ich, als ob ich mich entfernen wollte und kaum war ich ihnen aus dem Gesicht gekommen, als sie auch schon einer nach dem anderen wieder ins Korn fielen. Das reizte mich so, dass ich nicht Geduld hatte zu warten, bis sich noch mehrere eingefunden haben würden. Daher schlich ich mich an die Hecke und erwischte diesmal drei. Das war auch für meinen Zweck vorläufig genug. Ich hing sie nämlich auf, als abschreckendes Exempel für die anderen. Und siehe da, die Vögel blieben von nun an nicht nur von meinem Korn weg, sondern zogen sich auch sehr bald ganz aus dieser Gegend der Insel weg und ich habe, solange die Vogelscheuchen hingen, niemals wieder einen der gefiederten Diebe in der Nähe meines Feldes bemerkt. Wie man denken kann, war ich sehr erfreut darüber. Gegen Ende des Monats Dezember, in der zweiten Herbstzeit des Jahres, heimste ich dann mein Korn ein. Da ich jetzt Samen genug besaß, um mehr als einen Morgen Land damit zu bestellen, musste ich zunächst ein größeres Stück Erde bearbeiten. Vorher brauchte ich über eine Woche zur Anfertigung eines Holzspatens, mit dem ich zwei große, flache Landstücke pflügte, die meinem Hause am nächsten gelegen waren und mir tauglich schienen. Danach streute ich die Samen aus. Während des Regens unterhielt ich mich zu Hause bei der Arbeit damit, dass ich meinen Papagei sprechen lehrte. Es gelang mir bald, ihm seinen eigenen Namen beizubringen, so dass er ihn zuletzt ganz deutlich aussprach. Poll war das erste Wort, das ich auf dieser Insel aus einem anderen als meinem eigenen Munde hörte. Bis zur nächsten Ernte musste ich noch herausfinden, wie ich es anstellen sollte, Brot zu bekommen, wenn ich erst das Korn dafür haben würde. Erstens nämlich fehlte mir die Hefe, da es für diesen Mangel absolut keine Abhilfe gab, machte ich mir darüber weiter kein Kopfzerbrechen. Aber auch um einen Ofen war ich zunächst sehr verlegen. Schließlich zündete ich ein großes Feuer auf einem Herd an, den ich mit einigen selbstgebrannten, viereckigen Ziegeln gebaut hatte und bedeckte damit, sobald das Brennholz ziemlich zu Asche oder zu lebendigen Kohlen verbrannt war, den Herd gänzlich und ließ die Kohlen da liegen, bis die Platte ganz heiß war. Dann fegte ich alle Asche ab und legte die Brote darauf, stülpte die Tonschüsseln darüber und häufte dann die Asche wieder von außen darum, um so die Hitze zusammenzuhalten und zu verstärken. Auf diese Weise bug ich mein Gerstenbrot so gut wie in dem besten Backofen der Welt und bildete mich nebenbei in ganz kurzer Zeit auch zum Konditor aus, denn ich bereitete mir auch verschiedene Arten von Kuchen und Puddings aus Reis. Es war kein Wunder, dass über alle diese Dinge der größte Teil des dritten Jahres meines Aufenthalts auf der Insel verstrich, besonders wenn man bedenkt, dass ich zwischendurch auch meine erste größere Ernte und die Bestellung des Feldes zu besorgen hatte. Ich schnitt mein Korn zur rechten Zeit, brachte es so gut und ich konnte ein und bewahrte es in den Ähren in meinen großen Körben auf, bis ich Zeit fand, es auszureiben. Denn ich hatte dazu kein Werkzeug außer meinen beiden Händen. Da jetzt meine Kornvorräte zuzunehmen begann, wurde es nötig, auch die Scheune größer zu bauen. Ich brauchte einen besonderen Raum, um meinen Vorrat aufzubewahren, denn das Korn hatte sich in dem Maße vervielfältigt, dass ich ungefähr zwanzig Scheffel Gerste und ebenso viel oder mehr Reis besaß, mehr als ich in einem Jahr verzehren konnte. Während der ganzen Zeit, in welcher diese Angelegenheiten mich beschäftigten, schweiften, wie man sich denken kann, meine Gedanken auch oftmals zu dem fernen Lande hinüber, welches ich von der anderen Seite der Insel aus erblickt hatte. Ich wünschte im Stillen an jener Küste zu sein, die ich für das Festland und für eine bewohnte Gegend hielt und von wo aus ich mich auf eine oder die andere Art weiter zu befördern und vielleicht endlich Mittel und Wege zur Flucht zu finden hoffte. An die Gefahren, die mir dabei drohen würden, dachte ich gar nicht. Wie leicht hätte ich den Wilden in die Hände fallen können, und zwar solchen, die ich Ursache hatte, für schlimmer zu halten als die Löwen und Tiger in Afrika. Wäre ich einmal in ihre Gewalt geraten, dann war tausend gegen eins zu wetten, dass sie mich vielleicht auffressen würden. Denn ich hatte gehört, dass die Bewohner der karibischen Küste Kannibalen seien, und nach meiner Berechnung der Breitengrade war ich nicht weit von dieser Küste entfernt. Da kam mir eines Tages der Einfall, mich wieder einmal nach dem Boot unseres Schiffes umzusehen, das vom Sturm weit auf das Ufer hinaufgetrieben war, als wir Schiffbruch gelitten hatten. Es befand sich auch noch beinahe an derselben Stelle, aber nicht ganz in der früheren Lage, die Gewalt von Wind und Wellen hatte es fast völlig umgekehrt und gegen einen hohen, sandigen Uferrand getrieben, wo es mit dem Boden nach oben gewandt, aber nicht mehr wie anfangs von Wasser umgeben lag. Wenn ich Arbeitskräfte genug gehabt hätte, um es wieder instand zu setzen und es flott zu machen, so würde das Boot noch ganz brauchbar gewesen sein, und es wäre mir dann ein leichtes gewesen, darin, nach Brasilien zurückzukehren. Aber ganz allein? Dann hätte ich ebenso gut versuchen können, die Insel selbst fortzubewegen. Mit der Zeit kam ich auf den Gedanken, ob es nicht möglich sei, mir selbst ein Kanu zu fertigen, wie sie die Eingeborenen jener Gegenden ohne Werkzeuge, ja, ich möchte sagen, fast ohne alle Arbeit aus großen Baumstämmen machen. Es schien mir das bei genauerer Überlegung auch nicht nur möglich, sondern sogar leicht, und ich freute mich sehr darauf, den Plan auszuführen. Hatte ich doch dazu weit mehr Hilfsmittel. Dabei bedachte ich aber ganz und gar nicht den besonderen anderen Umstand, mit dem ich zu kämpfen haben würde, den Mangel an Kräften, nämlich zum Transport des fertigen Kanus ins Wasser. Das musste mir viel größere Schwierigkeiten machen als der Mangel an Werkzeugen den Indianern, denn was konnte es mir helfen, wenn ich, nachdem ich im Walde einen dicken Baum aufgesucht und mit viel Mühe gefällt, ihn mit Hilfe meines Handwerkszeugs behauen und ihm an der Außenseite die richtige Form gegeben, ihn auch ausgehöhlt und so in ein Boot verwandelt hätte, wenn ich dieses dann nach aller Mühe an seiner Stelle hätte liegen lassen müssen und nicht imstande war, es flott zu machen. Ich hatte nicht im Mindesten, bevor ich an dem Boot zu arbeiten anfing, darüber nachgedacht, denn sonst würde sich mir ja sofort die Frage aufgedrängt haben, wie ich es ins Meer schaffen solle. Nein, meine Gedanken waren so eingenommen von der beabsichtigten Seereise, dass ich nicht einen Augenblick überlegte, in welcher Weise ich das Ding vom Lande wegbekommen könne. Und doch lag es in der Natur der Sache, dass es mir leichter fallen musste, das Boot 45 Meilen weit im Wasser fortzubewegen, als auch nur 45 Schritte an Land Richtung Ufer. Ich machte mich an die Anfertigung meines Fahrzeugs in so wahnwitzigem Eifer, als ob mir mein bisschen Menschenverstand abhandengekommen wäre. Zunächst fällte ich eine Zeder, einen sehr prachtvollen Stamm. Mit unbeschreiblicher Mühsal hatte ich diesen Baum umgehauen, 20 Tage lang hieb und hackte ich dann an ihm herum und 14 weitere Tage erforderte das Beseitigen der Äste und Zweige und der ganzen ungeheuren Krone, was ich mit Axt und Beil bewerkstelligte. Dann verwendete ich einen ganzen Monat darauf, den Stamm so zu behauen, dass er Form und richtige Verhältnisse annahm und eine Art von Kiel bekam, damit er aufrecht, wie es sich gehört, schwimmen konnte. Weitere drei Monate kostete es mich, das Innere zu höhlen und zu einem richtigen Bote auszuarbeiten. Das brachte ich lediglich mit Hammer und Meißel, wenn auch nur mit großer Mühe zustande. Und so hatte ich denn endlich ein sehr hübsches Boot fertig, das 26 Personen fassen konnte, also auch groß genug war, mich und mein Hab und Gut aufzunehmen. Als das Werk vollendet dastand, freute ich mich außerordentlich darüber. Das Boot war viel größer, als ich je ein aus einem Baumstamm gefertigtes Kanu gesehen hatte. Und hätte ich es nun auch ins Wasser zu schaffen vermocht, so bezweifle ich gar nicht, dass ich die wahnsinnigste und unausführbarste Reise, die je unternommen wurde, darin angetreten hätte. Alle meine Versuche aber, das Holzkanu ins Wasser zu bringen, schlugen fehl, so viel Mühe ich mir auch gab. Nun maß ich die Entfernung aus und beschloss, einen Kanal zu graben, um, da ich mein Boot nicht zum Wasser schaffen konnte, eben das Wasser zum Boot zu leiten. Auch dieses Werk fing ich mutig an, jedoch als ich näher darüber nachdachte und ausrechnete, wie tief und breit ich graben müsste und wie ich die ausgegrabene Erde fortschaffen sollte, fand ich, dass ich mit den beiden mir einzig zur Verfügung stehenden Händen zehn bis zwölf Jahre bräuchte, ehe ich damit fertig sein könnte. Denn die Küste lag so hoch, dass der Kanal am oberen Ende wenigstens zwanzig Fuß tief werden musste. Endlich, wenn auch mit großem Widerstreben und herzlich bekümmert, gab ich diesen Versuch auf. Mitten in diesen Arbeiten ging das vierte Jahr meines Aufenthalts auf der Insel zu Ende, höchste Zeit, um über mein Dasein auf der Insel nachzudenken. Vor allen Dingen war ich hier abgesondert, von aller Bosheit der Welt. Ich begehrte nichts, denn ich besaß alles, was ich genießen konnte. Ich war Herr der ganzen Insel. Wenn es mir beliebte, konnte ich mich König oder Kaiser des Landes nennen, das ich in Besitz genommen hatte. Es gab keinen Rivalen, keinen, der meine Herrschaft angefochten oder geteilt hätte. Ich hätte ganze Schiffsladungen voll Korn produzieren können, aber ich vermochte sie nicht zu verbrauchen und darum säte ich nur ebenso viel aus, als mein eigener Bedarf es erforderte. Auch Wasser- und Landschildkröten hatte ich in großer Menge, aber mehr als von Zeit zu Zeit eine einzige konnte ich nicht verwenden. Ich besaß Bauholz genug, um eine ganze Flotte von Schiffen damit zu bauen und Trauben genug, um mit ihnen als Wein oder Rosinen diese Flotte vollständig befrachten zu können. Jedoch, was half mir das, was ich nicht nutzen konnte? Ich hatte genug zu essen, was sollte ich mit dem Übrigen machen? Wenn ich mehr Tiere tötete, als ich aufessen konnte, so musste das Fleisch von dem Hund oder den Würmern gefressen werden. Säte ich mehr Korn, als ich verbrauchen konnte, so verdarb es. Die Bäume, die ich fällte, blieben liegen und verfaulten. Ich konnte sie zu nichts anderem als zu Brennholz verwenden und auch das brauchte ich nur, um meine Speisen zu bereiten. Kurz, Natur und Erfahrung lehrten mich bei genauer Betrachtung, dass alle guten Dinge dieser Welt nicht mehr Wert für uns haben, als insoweit wir sie gebrauchen können. Der habgierigste, gewinnsüchtigste Geizhals der Welt würde vom Laster der Begehrlichkeit geheilt worden sein, wenn er an meiner Stelle gewesen wäre. Denn ich besaß ja unendlich viel mehr, als ich je verwenden konnte. Es blieb mir nichts zu wünschen übrig, außer einigen Kleinigkeiten, die mir allerdings sehr willkommen gewesen sein würden. Ich war, wie ich früher erwähnt habe, im Besitz eines Beutels voll Geld, das aus Silber und Gold im Wert von ungefähr 36 Pfund Sterling bestand. Aber, du lieber Gott, da lag nun das schlechte, erbärmliche, unnütze Zeug. Ich hatte keine Art von Verwendung dafür und oft dachte ich bei mir, wie gern ich eine Handvoll davon für eine Anzahl Tabakspfeifen oder für eine Handmühle, um mein Korn damit zu malen, geben würde. Ja, das Ganze hätte ich mit Freuden hingegeben für ein wenig englischen Runkelrüben und Moorrübensamen oder für ein Häuflein Erbsen und Bohnen und eine Flasche voll Tinte. Und hätte ich einen Kasten voller Diamanten gehabt, so wäre es nicht anders gewesen. Sie hätten keinen Wert für mich gehabt, weil ich sie nicht brauchen konnte. Mit der Zeit war mein Leben viel freudiger geworden als noch am Anfang. Ich setzte mich oftmals mit Dankbarkeit an meinen Tisch und bewunderte, wie sich der Tisch in dieser Wüste gedeckt hatte. Ich lernte mehr, die Lichtseite meiner Lage anzusehen und weniger bei der Schattenseite zu verweilen und das gewährte mir zuweilen so viel innere Freude, dass ich es gar nicht auszudrücken vermag. Diesen Umstand erwähne ich hier, um ihn unzufriedenen Leuten einzuprägen, die nichts richtig genießen können, weil sie immer Dinge ansehen und begehren, die ihnen versagt bleiben. Alle Unzufriedenheit über das, was uns fehlt, scheint mir aus unserem Mangel an Dankbarkeit für das, was wir haben, zu entspringen. Während der langen Zeit, die ich jetzt schon auf der Insel weilte, waren viele von den Sachen, die ich zu meinem Gebrauche mit ans Land genommen hatte, entweder ganz oder wenigstens zum größten Teil aufgebraucht. Meine Tinte hatte schon seit einiger Zeit abgenommen, bis auf einen kleinen Rest, welchen ich nach und nach immer mehr mit Wasser verdünnte, bis man auf dem Papier kaum noch einen Schein von Schmerze wahrnehmen konnte. Solange sie vorhielt, benutzte ich sie, um die Tage, an welchen mir irgendetwas Bemerkenswertes begegnete, zu notieren. Das Zweite, was außer der Tinte zu Ende ging, war mein Brot. Ich meine die Schiffszwiebacke, die ich aus dem Schiffe gerettet hatte. Mit diesen hatte ich auf das Allersparsamste gewirtschaftet und mir über ein Jahr lang nur einen Zwieback täglich gestattet. Trotzdem musste ich mich noch beinahe ein Jahr lang ohne Brot behelfen, bis ich solches aus selbstangebautem Korn bekam. Auch meine Kleidungsstücke fingen an, knapp zu werden. An Wäsche besaß ich schon seit einer ganzen Weile nichts als eine Anzahl Hemden, etwa 30 Stück, die ich in den Kästen meiner Schiffsgenossen gefunden und sorgsam geschont hatte. Wegen der Hitze konnte ich auch oft nichts weiter als ein Hemd auf dem Leibe tragen. Manchmal glühte die Sonne so heiß, dass man meinen sollte, ich hätte überhaupt keine Kleidung nötig gehabt. Jedoch hätte ich nicht ganz nackt gehen können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Abgesehen davon, dass mir der Gedanke daran, obgleich ich allein lebte, unerträglich war, bestand auch noch der andere Grund, dass ich die Sonnenhitze viel besser vertragen konnte, wenn ich etwas angezogen hatte. Die unmittelbare Hitze brannte mir die Haut wund, wenn ich hingegen ein Hemd trug, so brachte die Luft darunter einige Bewegungen hervor und mir war unter demselben noch einmal so kühl, als ohne es. Ebenso wenig durfte ich jemals wagen, ohne Hut oder Mütze in die Sonnenhitze hinaus zu gehen, denn diese brannte mit solcher Heftigkeit, dass sie mir sofort Kopfschmerzen verursachte, wenn sie mir direkt auf den Kopf schienen. Dagegen verschwanden die Schmerzen gleich wieder, sobald ich meinen Hut aufsetzte. Unter diesen Umständen hielt ich es für nötig, die wenigen Lumpen, welche ich Kleider nannte, einigermaßen wieder instand zu setzen. Meine Westen hatte ich alle aufgetragen, daher beschloss ich zu versuchen, ob ich nicht aus den dicken Überröcken und aus dem, was ich sonst noch an Material besaß, mir Jacken anfertigen könnte. So machte ich mich nun ans Schneidern oder vielmehr ans Flicken. Ich habe die Felle aller vierfüßigen Tiere aufzubewahren gepflegt, ich hatte sie an Stangen aufgespannt in die Sonne gestellt. Hierdurch waren einige so trocken und hart geworden, dass sie nur wenig zu gebrauchen waren, andere aber schienen verwendbar zu sein. Das erste, was ich mir daraus machte, war eine große Mütze. Ich kehrte die raue Seite des Felles nach außen zum Schutz gegen den Regen, und das Ding gelang mir so gut, dass ich mir später einen ganzen Anzug aus Tierfällen anfertigte, das heißt eine Weste und kurze Hosen. Die Letzteren waren an den Knien offen und gehörig weit, denn es kam mir auf eine gute Durchlüftung an. Ich darf nicht verschweigen, dass sie abscheulich aussahen, denn war ich schon ein schlechter Zimmermann, so war ich doch ein noch schlechterer Schneider. Trotzdem konnte ich mich sehr gut damit behelfen. Ging ich aus und es fing an zu regnen, so ließ die raue Außenseite meiner Weste und Mütze das Wasser nicht eindringen und ich blieb darin ganz trocken. Ferner verwendete ich sehr viel Zeit und Mühe darauf, mir einen Sonnenschirm zu machen. Einen solchen wünschte und brauchte ich in der Tat sehr. In Brasilien hatte ich auch dergleichen anfertigen Seen, dort dienen sie zum Schutze gegen die große Hitze und hier kam mir die Hitze mindestens ebenso groß, wenn nicht größer vor als dort und meine Insel lag ja auch dem Äquator näher. Da ich genötigt war, viel auszugehen, konnte mir ein Schirm nicht nur gegen die Sonne, sondern auch gegen den Regen von großem Nutzen sein. Ich gab mir die erdenklichste Mühe und doch dauerte es sehr lange, bis ich ein solches Ding fertiggebracht hatte, was zusammenzuhalten versprach. Nachdem ich schon glaubte, das richtige Verfahren entdeckt zu haben, missglückten noch zwei oder drei Versuche, bis einer gelang, der mich zufriedenstellte. Endlich gelang mir ein ziemlich zweckmäßiges Gestell, das ich mit Fällen die Haare nach außen gewendet überzog, sodass der Regen wie von einem schrägen Dache ablief. Auch gegen die Sonne gewährte dieser Schirm so hinreichenden Schutz, dass ich jetzt sogar bei heißestem Wetter mit mehr Annehmlichkeit im Freien sein konnte, als sonst bei kühlster Temperatur. Hatte ich ihn nicht nötig, so legte ich ihn zusammen und trug ihn unterm Arm. So lebte ich nun in der größten Zufriedenheit. Im Übrigen wüsste ich nicht, dass in den nun folgenden fünf Jahren irgendetwas Außergewöhnliches vorgefallen wäre. Ich lebte in derselben Weise, in gleicher Lage und an demselben Orte wie bisher fort. Abgesehen von der jährlich wiederkehrenden Arbeit des Anbaus von Gerste und Reis und des Zubereitens der Rosinen, von welchen ich mir immer genug vorrätig hielt, um für ein Jahr im Voraus versorgt zu sein und abgesehen vom täglichen Ausgang mit meiner Flinte bestand meine Beschäftigung hauptsächlich in dem Bau eines zweiten Kanus. Endlich hatte ich denn auch eins fertiggestellt. Wenn ich auch keinen ganz passenden Baum hatte finden können und keine dem Wasser näher gelegene Stelle als eine beinahe eine halbe Meile davon entfernte, so hatte ich doch bald gesehen, dass es diesmal gelingen würde und dass ich das Unternehmen nicht wieder aufgeben musste. Obwohl ich fast zwei Jahre darauf verwendete, ließ ich mich nicht davon abbringen, denn ich hatte die große Hoffnung, endlich ein Boot zu haben, in dem ich mich aufs offene Meer hinauswagen könnte. Als jedoch mein Fahrzeug fertig war, fand sich, dass seine Größe nicht genügte, um eine Fahrt bis zum Festland zu unternehmen. Der Meeresarm, der mich von diesem trennte, war über 40 Meilen breit, daher machte die Kleinheit des Bootes diesen Plan unmöglich und ich dachte nicht weiter daran. Da ich das Boot aber nun einmal hatte, nahm ich mir vor, darin eine Fahrt um die Insel zu unternehmen. Denn als ich früher zu Lande, wie ich es beschrieben habe, auf der anderen Seite der Insel gewesen war, hatten mir die bei dieser Gelegenheit gemachten Entdeckungen die größte Lust erweckt, auch noch weitere Teile der Küste kennenzulernen. Deshalb beschäftigte mich jetzt kein anderer Gedanke als eine Segelfahrt um die Insel anzustellen. Zu diesem Zwecke und um es an keiner Vorsicht und Überlegung fehlen zu lassen, errichtete ich einen kleinen Mast in meinem Boot und befestigte daran ein Segel, das ich aus einem der alten Schiffsegel angefertigt hatte, von denen ich einen großen Vorrat aufbewahrte. Als Mast und Segel angebracht waren, probierte ich das Boot und fand, dass es vortrefflich segelte, dann brachte ich kleine Kästen an beiden Enden des Fahrzeugs an, um notwendige Gerätschaften, Lebensmittel, Schießbedarf und so weiter darin trocken zu halten und vor Regen und Wellenschaum zu schützen. Ferner schnitt ich eine schmale, lange Höhlung in die innere Seite des Bootes, wo ich meine Flinte hineinlegen konnte und versah sie mit einer Klappe, um das Gewehr vor der Nässe zu bewahren. Am unteren Ende meines Bootes befestigte ich meinen Sonnenschirm auf dieselbe Weise wie den Mast, damit er über meinem Kopf ausgespannt gleich einem Zelt die Sonnenhitze von mir abhalten sollte. Zunächst machte ich hin und wieder einen kleinen Ausflug aufs Meer, wagte mich aber niemals weit hinaus und entfernte mich auch nicht sehr von der Flussmündung. Endlich aber beschloss ich, begierig den Umfang meines Reiches kennenzulernen, die Umsegelung in Angriff zu nehmen. Ich rüstete mein Fahrzeug für die Reise aus mit zwei Dutzend meiner Brote oder richtiger gesagt Gerstenkuchen mit einem Topf voll gerösteter Reiskörner, von denen ich häufig zu essen pflegte, ferner mit einer kleinen Flasche Rum und der Hälfte einer erlegten Ziege. Auch Pulver und Blei nahm ich mit, um weitere Ziegen schießen zu können und versah mich ferner mit zwei der großen Überröcke, die ich aus den Koffern der Seeleute gerettet hatte. Auf einem davon wollte ich liegen, mit dem anderen gedachte ich mich nachts zuzudecken. Es war am 6. November, im 10. Jahre meiner Herrschaft oder, wenn man will, meiner Gefangenschaft, als ich diese Reise antrat. Dieselbe dehnte sich viel länger aus, als ich erwartet hatte. Sicher war die Insel selbst nicht sehr groß, doch entdeckte ich, auf der östlichen Seite angekommen, eine lange Felsenkette, die sich ungefähr zwei Seemeilen weit ins Meer erstreckte und teils über, teils unter dem Wasser fortlief, an deren Ende eine Sandbank ebenfalls eine halbe Meile lang trocken zutage lag, sodass ich gezwungen war, diese Landspitze in einem weiten Umweg zu umschiffen. Anfangs, als ich diese Entdeckung machte, war ich schon im Begriff, die Unternehmung aufzugeben, da ich nicht wusste, wie weit ich hinausfahren musste und ebenso wenig, wie ich zurückkommen sollte. Ich ging deshalb vorläufig vor Anker, denn auch eine Art von Anker hatte ich mir aus einem zerbrochenen Bootshaken angefertigt. Nachdem ich das Boot so befestigt hatte, nahm ich die Flinte, begab mich an Land und erstieg einen Hügel, von dem ich eine Übersicht über jene Landzunge zu haben glaubte. Und in der Tat ermahße ich von dort ihre ganze Ausdehnung und beschloss nun, die Umfahrt zu wagen. Von dem Hügel, auf dem ich stand, erblickte ich eine starke und wahrhaft reißende Strömung, die von Westen nach Osten verlief und ganz nahe an jene Landspitze herankam. Ich musste mich also sehr in Acht nehmen, denn wenn ich in diese Strömung geriet, konnte ich durch ihre Gewalt aufs Meer hinaus getrieben werden und vielleicht nicht im Stande sein, die Insel wieder zu gewinnen. Aber wiederum sollte ich ein warnendes Beispiel für unbesonnene und unwissende Seefahrer werden. Denn kaum war ich an der Spitze angelangt und nicht um eines Bootes Länge von der Küste entfernt, als ich mich auch schon in sehr tiefem Wasser und in einer reißenden Strömung befand. Mein Boot wurde mit solcher Gewalt fortgerissen, dass ich es trotz aller Anstrengung nicht einmal am Rande des Stromes halten konnte, sondern mich weiter und weiter von dem Strudel, der mir zur linken blieb, abgetrieben Denn weil die Strömung auf beiden Seiten der Insel ging, wusste ich, dass ihre Enden sich einige Seemeilen weiter vereinigen mussten. Ich blickte jetzt zu meiner öden, einsamen Insel zurück, für mich in dieser Situation der lieblichste Ort der Welt und alle Glückseligkeit, die mein Herz sich wünschte, bestand darin, nur wieder dort sein zu können. Ich streckte meine Hände mit sehnlichem Verlangen danach aus. Oh, du glückliche Wüste, sagte ich, soll ich dich nie wieder sehen? Wohin werde ich elende Kreatur geraten? Es ist unmöglich, die Bestürzung zu beschreiben, in die ich geriet, als ich mich beinahe zwei Seemeilen in den weiten Ozean getrieben sah. Ich verzweifelte völlig daran, jemals wieder mein Eiland zu erreichen. Nichtsdestoweniger jedoch arbeitete ich mich so lange ab, bis meine Kräfte beinahe erschöpft waren, indem ich das Boot so gut wie möglich nach Norden zu halten suchte. Endlich, um Mittag, als die Sonne gerade über meinem Haupte stand, kam es mir vor, als fühlte ich eine leichte Brise von Süd-Süd-Ost her mir entgegen wehen. Das erleichterte mir das Herz ein wenig, und noch mehr erfreute es mich, als etwa eine halbe Stunde später ein hübscher kleiner Sturm zu sausen anfing. Mittlerweile war ich erschreckend weit von der Insel weggeraten. Wäre nur die kleinste Wolke oder ein leichter Nebel mir in den Weg gekommen, so hätte es auf eine ganz unerwartete Weise um mich geschehen sein müssen. Denn ich hatte keinen Kompass an Bord und hätte daher nicht gewusst, wie ich auf die Insel zusteuern sollte, sobald sie mir nur ein einziges Mal aus dem Gesicht entschwunden wäre. Aber das Wetter blieb klar. Ich machte mich jetzt daran, meinen Mast wieder aufzurichten und das Segel auszubreiten und hielt, so gut ich irgend konnte, die Richtung nach Norden, um nur aus der Strömung heraus zu kommen. Kaum hatte ich Segel und Mast in Ordnung und kaum fing das Boot an, langsam dahin zu gleiten, als ich an der Klarheit des Wassers bemerkte, dass eine Veränderung der Strömung in der Nähe sein müsse. Denn wo der Strom reißend ging, war das Wasser trübe. Wo dagegen das Wasser sich aufhellte, ließ die Stärke der Strömung nach. Gleich darauf bemerkte ich etwa eine halbe Meile gen Osten einen starken Strudel. Ich war sehr froh, mein Boot in diesen Strudel leiten zu können. Da der Wind auch stärker zu wehen begann, breitete ich fröhlich meine Segel gegen ihn aus und lief lustig vor der Brise dahin, von dem starken Strom getragen. Ich legte etwas mehr als eine Seemeile mit Hilfe des Strudels zurück und bemerkte dann, dass er aufhörte und mir nicht weiter dienen konnte. Jetzt und der nördlichen, die ungefähr eine Seemeile weiter auf der anderen Seite floss. Hier in der Mitte, im Schutze der Insel fand ich das Wasser ganz still und nach keiner Seite fließend. Da der Wind mir noch immer günstig wehte, steuerte ich weiter direkt auf die Insel los, auch wenn ich nicht so schnell vorwärts kam wie bisher. Am Ufer angekommen fiel ich auf die ein Entrinnen in meinem Boot auf, also daran jemals die Insel mit eigener Kraft zu verlassen. Ich stärkte mich mit den Nahrungsmitteln, die ich bei mir führte, brachte mein Boot ganz nah am Ufer in einer kleinen Bucht, die ich dort entdeckt hatte, unter einigen Bäumen in Sicherheit und legte mich darauf zum Schlafen nieder, denn ich stattdessen wollte ich in westlicher Richtung an der Küste entlang fahren und sehen, ob ich nicht irgendwo eine Bucht finden würde, wo ich mein Fahrzeug in Sicherheit ankern und von wo ich es später wieder abholen könnte, wenn ich es bräuchte. Nach einer Fahrt von ungefähr drei Meilen längs der Küste kam ich dann auch an eine vorzügliche Einfahrt, die anfangs etwa eine Meile breit war, weiter ins Land hinein, aber sich verengte, bis sie in einen ganz kleinen Fluss oder Bach auslief. Dort bildete sie einen sehr bequemen Hafen und mein Boot lag darin wie in einem eigens zu diesem Zwecke gebauten Dock. Nachdem ich angelegt und mein Fahrzeug ganz sicher befestigt hatte, ging ich an Land, um mich umzusehen und auszuspähen, wo ich mich befände. Hier bemerkte ich bald, dass ich nur ganz wenig über die Gegend hinaus gelangt war, die ich schon früher auf meiner Fußreise über die Insel berührt hatte. Daher nahm ich weiter nichts aus meinem Boote mit als die Flinte und den Sonnenschirm, denn es war furchtbar heiß und trat meine Wanderung an. Am Abend erreichte ich meine alte Hütte, wo ich alles so vorfand, wie ich es verlassen. Ich hielt nämlich immer gute Ordnung, weil ich sie als meinen Landsitz betrachtete. Nachdem ich über den Zaun gestiegen, legte ich mich in den Schatten nieder, um meine müden Glieder auszuruhen und schlief ein. Aber wer, der diese Geschichte liest, kann sich meine Überraschung vorstellen, als ich durch eine Stimme aus dem Schlafe geweckt wurde, die mich wiederholt beim Namen rief. Robin, Robin, Robin Crusoe, armer Robin Crusoe, wo bist du, Robin Crusoe, wo bist du, wo bist du gewesen? Zuerst, da ich wegen meiner großen Ermüdung vom Rudern und von dem weiten Weg sehr fest geschlafen hatte, wurde ich nicht gleich ganz wach, sondern glaubte zwischen Schlafen und Wachen nur zu träumen, dass jemand mit mir spreche. Als aber die Stimme fortfuhr immer fort, Robin Crusoe, Robin Crusoe zu wiederholen, erwachte ich endlich völlig und war anfangs nicht wenig erschreckt, so dass ich in äußerster Bestürzung in die Höhe fuhr. Jedoch sobald ich die Augen aufgeschlagen hatte, erblickte ich auch schon meinen Papagei, meinen Poll auf der Hecke sitzend und wusste nun sofort, dass er es gewesen war, der mich angerufen hatte. Gerade in solchen traurig fragenden Ausrufen pflegte ich zu ihm zu sprechen und sie ihnen zu lehren. Er hatte sie auch so vollkommen gelernt, dass er oft auf meinem Finger sitzend und seinen Schnabel dicht an mein Gesicht gelegt ausrief »Armer Robin Crusoe, wo bist du, wo bist du gewesen, wie kommst du hierher?« und dergleichen mehr, »dass es wirklich niemand anders gewesen sein konnte, dauerte es doch eine ganze Weile, bis ich mich wieder gefasst hatte. Es wunderte mich nämlich, dass das Tier hierher gekommen war. Sobald ich mich jedoch vollkommen überzeugt hatte, dass niemand anders als mein getreuer Poll in meiner Nähe sei, erholte ich zu sprechen. »Armer Robin Crusoe, und wie kommst du hierher? Wo bist du gewesen?« Als ob er hoch erfreut wäre, mich wiederzusehen. Ich nahm ihn zu mir und begab mich denn nach Hause. Jetzt hatte ich für eine Zeit lang genug vom See fahren. Die Gefahr, in der ich geschwebt hatte, gab mir für viele Tage Stoff zum stillen Nachdenken. Sehr froh würde ich es anfangen sollte, es herbeizuschaffen. Auf der Ostseite, entlang der ich gefahren war, durfte ich es, wie ich wusste, nicht wagen. Mein Herz stockte und das Blut gerann mir in den Adern, wenn ich nur daran dachte. Wie es auf der Westseite der Insel aussah, war mir unbekannt. Aber wenn die Strömung dort genauso stark war, drohte mir ja dort die gleiche Gefahr, nämlich an der Insel vorbeigerissen zu werden. Mit diesem Gedanken tröstete ich mich über den zeitweiligen Verlust des Bootes, welches allerdings das Werk monatelanger Arbeit gewesen war und das ich mit so besonders großer Mühe ins Meer geschafft hatte. Nachdem ich jenes Verlangen bezwungen hatte, führte ich fast ein Jahr lang ein sehr stilles, zurückgezogenes Leben. Während dieser Zeit verbesserte ich mich in allen mechanischen Fähigkeiten. Auch in Flechtarbeiten machte ich bedeutende Fortschritte und verfertigte einen Überfluss von allen möglichen Körben. Sie waren zwar nicht gerade schön, aber doch sehr handlich und bequem zur Aufbewahrung und zum Tragen vieler Sachen. Ich fing drei junge Ziegen ein, eine männliche und zwei weibliche, denn ich sah jetzt ein, dass ich mich nur dann ohne Waffen Zähmen und sie mit der Zeit wie eine Herde Schafe auf meinem Hof halten würde. Es dauerte etwa drei Monate, bis ein Stück Wiesenland als Weide umzäunt war, bis dahin pflöckte ich die drei Lämmer an den besten Weidestellen an und ließ sie, um sie zahm zu machen, in meiner Nähe grasen. Zuweilen ließ ich sie aus meiner Hand fressen, so dass, als die Einfassung fertig war und ich die Lämmer losband, sie mir auf dem Fuße folgten und nach einer Handvoll Korn hinter mir her blökten. Meine Einrichtung erfüllte ihren Zweck vollständig und in etwa anderthalb Jahren hatte ich eine Herde von zwölf Ziegen, einschließlich der Lämmer. Nach weiteren zwei Jahren waren es 43 geworden, abgesehen von denen, die ich während dieser Zeit zu meiner Nahrung verwendet hatte. Nach und nach legte ich fünf solcher eingezäunter Weideplätze an. Jetzt konnte ich nicht nur Ziegenfleisch, so viel ich immer essen mochte, haben, sondern obendrein Milch, und das war etwas, was ich anfangs nicht einmal für möglich gehalten hatte. Und so lernte ich mit der Zeit, wenn auch erst nach vielen missglückten Versuchen, mit Leichtigkeit sehr gute Butter und Käse aus der Milch zu bereiten. Von nun an fehlte es mir daran nie das Privileg mit mir sprechen zu dürfen. Mein Hund, der inzwischen sehr alt geworden war, saß stets zu meiner Rechten und zwei Katzen, eine auf dieser, die andere auf jener Seite des Tisches, erwarteten ab und zu einen Brocken aus meiner Hand als Aufgezogen und zu meinen Mitbewohnern erkoren. Jetzt gelange ich im Bericht von meinem einsamen Leben zu einem neuen Abschnitt. Eines Tages, als ich mich auf eine Wanderung zu meinem Boot begab, fand ich zu meiner größten Überraschung den Eindruck eines nackten menschlichen Fußes ganz deutlich im Sand am Ufer. Wie vom Donner gerührt oder als hätte ich ein Gespenst gesehen, stand ich davor. Ich horchte, ich sah mich um, aber es war nichts zu hören, noch zu erblicken. Ich erstieg einen Hügel, um mich weiter umschauen zu können, dann ging ich an der Küste auf und ab, aber es blieb alles ohne Erfolg. Keine weiteren Fußspuren waren zu finden als jene eine. Ich ging zu ihr zurück, um zu sehen, ob nicht noch andere in der Nähe sein, oder ob ich mich vielleicht geirrt hätte, aber beides war nicht der Fall. Ich fand nur genau denselben Eindruck der Zehen, Fersen und übrigen Fußteile. Wie die Spur dahin gekommen, wusste ich nicht und konnte es durchaus nicht begreifen. Eine Flut von wirren Gedanken stürmte auf mich ein und völlig verstört und außer mir kam ich in meiner Festung an, ohne dass ich unterwegs, wie man zu sagen pflegt, den Boden unter meinen Füßen gefühlt hätte. Es ist nicht zu beschreiben, in was für verschiedene Gestalten auf dem Wege meine erhitzte Einbildungskraft die Dinge verwandelte, was für eine Menge wilder Vorstellungen die Fantasie mir vorspiegelte und welche sonderbaren unerklärlichen Einfälle mir in den Sinn kamen. Als ich zu meiner Burg, denn diesen Namen hatte ich meiner Behausung gegeben, gelangt war, flüchtete ich hinein wie ein Verfolgter. Ob ich mittels der Leiter hineinstieg, weil das schneller ging, oder durch das Loch im Felsen, das ich meine Tür nannte, kroch, weiß ich heute noch nicht. Nie floh ein gehetzter Hase oder Fuchs in größerer Seelenangst seinem Zufluchtsort zu, als ich in jenem Augenblick. Kein Schlaf Osser wurden meine Befürchtungen. Wie sollte irgendein anderes Wesen in menschlicher Gestalt hierher gekommen sein? Wo war das Schiff, das es hergeführt hatte? Warum waren keine anderen Fußspuren zu sehen? Irgendwann beruhigte ich mich wieder und sagte mir, dass der Fußabdruck auch eine meiner Einbildungen sein könnte. Die Spuren rührten ja vielleicht von meinen eigenen Füßen her. Ich hatte sie vielleicht auch ein wenig dazu bei mich aufzuheitern und ich fing an mich selbst zu überreden, dass das Ganze nur eine Täuschung gewesen sei und kein anderer als mein eigener Fuß die Insel betreten habe. Am Ende, wenn sich herausstellte, dass es wirklich mein eigener Fußtritt gewesen war, hatte ich die Rolle jener Narren gespielt, die Gespenster und Geister Geschichten erfinden und sich dann selbst seit drei Tagen und Nächten hatte ich meine Festung keinen Augenblick verlassen. Es war auch höchste Zeit, meine Ziegen zu melken, was sonst meine Abendunterhaltung war. Die armen Tiere empfanden die Vernachlässigung auch schon schmerzlich. Bei meinem ersten Ausgang begab ich mich zunächst auf den Weg zu meinem Landsitz. Wer damals gesehen hätte, wie furchtsam ich vorwärts schritt, wie oft ich mich umsah, wie ich beständig auf dem Sprunge war, meinen Korb von mir zu werfen und davon zu laufen, der würde gedacht haben, ich sei von einem bösen Gewissen geplagt oder durch etwas Ungeheures erschreckt worden. Und das letzte war ja auch wirklich der Fall. Nachdem ich jedoch zwei oder drei Tage denselben Weg gemacht hatte, ohne irgendetwas Außergewöhnliches zu sehen, wurde ich ein bisschen kühner und die Überzeugung befestigte sich in mir, die Einbildung sei in der Tat die einzige Ursache meines Entsetzens gewesen. Völlig sicher konnte ich mich trotzdem nicht fühlen, bevor ich aufs Neue an jener Stelle der Küste gewesen war, den Fußtritt noch einmal angesehen und ihn mit meinem eigenen verglichen hatte. Dort angekommen aber überzeugte ich mich erstens, dass ich unmöglich beim Anlegen meines Bootes auch nur in die Nähe des Platzes gekommen sein konnte. So dann ergab sich, dass mein Fuß, als ich ihn gegen die Spur abmaß, bei weitem nicht so groß war. Diese beiden Beobachtungen erfüllten mich aufs Neue mit den schrecklichsten Vorstellungen und machten mich wieder so furchtsam, dass ich zitterte wie ein Fieber kranker. Ich trat den Rückweg in dem festen Glauben an, werden. Wie ich mich davor schützen sollte, sah ich nicht ab. Was für lächerliche Vorsätze, fasst man doch unter dem Eindruck der Furcht. Diese Empfindung raubt dem Menschen alle Verteidigungsmittel, die ihm die Vernunft zu seiner Rettung bieten würde. Freilich hatte ich bereits 15 Jahre hier zugebracht und noch nie den leisesten Schatten einer menschlichen Gestalt gesehen. Daraus folgerte ich, sich wahrscheinlich immer so bald wie möglich wieder entfernt und nie daran gedacht hätten, sich hier niederzulassen. Demnach bestehe, so sagte ich mir, die einzige mir drohende Gefahr in der zufälligen Landung einzelner verirrter Bewohner des Festlandes, welche aller Wahrscheinlichkeit nach gegen ihren Willen hierher verschlagen worden sein und die darum auch ohne Aufenthalt weiterzukommen suchen und nur selten einmal über Nacht hier verweilen, sondern die nächste Flut und das Tageslicht für ihren Rückweg als Beistand benutzen würden. Also hätte ich weiter nichts zu tun, als für den Fall, dass ich die Landung solcher Wilden hier erleben sollte, für einen sicheren Schlupfwinkel zu sorgen. Nach und nach schwand meine Furcht und ich fing an, wieder in derselben Weise wie früher zu leben, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt vorsichtiger war nicht ein einziges Mal ab, obgleich ich nie ohne sie ausging und überdies immer wenigstens zwei von den drei aus dem Schiff mitgebrachten Pistolen in meinem Gürtel von Ziegenleder mit mir führte. Auch eins von den großen Messern hing ich, nachdem ich es geputzt und geschliffen hatte, an einem besonderen Riemen stets um, so dass ich bei meinen Ausgängen ganz gefährlich anzuschauen war. Eine Zeit lang nahmen die Dinge ihren ruhigen Fortgang und ich kehrte daher, von diesen Vorsichtsmaßregeln abgesehen, wieder zu meiner früheren geregelten Lebensweise zurück. Eine ganze Zeit lang kletterte ich jeden Tag auf den Gipfel des Hügels, der ungefähr drei Meilen von meiner Festung entfernt war, einfach um zu sehen, ob ich nicht ein Boot auf dem Meer erspähen würde, dass sich der Insel mein Wache halten ohne irgendein Resultat geblieben war. Auch nicht das Geringste hatte sich, soweit meine Augen und Ferngläser reichten, blicken lassen, weder an der Küste, noch in ihrer Nähe, noch auch auf dem weiten Meer. Während einer meiner Insel Streifzüge entdeckte ich eines Tages eine natürliche Höhle in der Erde, die ziemlich tief war und in die sich sicherlich kein als ich, ich würde sagen zufällig, einige dicke Äste von den Bäumen hieb, um sie zu Kohlen zu brennen. Dies geschah in folgender Absicht, ich fürchtete mich Rauch in der Nähe meiner Ansiedlung zu verursachen und doch musste ich ja weiterhin Brot backen, Fleisch kochen und dergleichen mehr. Darum verbrannte ich Dinge, für die ich Feuer benötigte, ganz ohne Rauchzeichen verrichten zu können. Nun aber bemerkte ich hinter einem dichten Gesträuch eine Vertiefung, die Höhle. Ich wollte sehen, was darin sei, und als ich mühsam in die Öffnung gelangt war, fand ich eine ziemlich große Höhle, hoch genug, dass ich und neben mir noch ein Mann aufrechteren stehen konnte. Jedoch kam ich schneller aus derselben als ich hineingekommen war, ich sah nämlich plötzlich, als ich tiefer in den dunklen Raum hineinblickte, zwei hellglänzende Augen. Sie blitzten wie zwei Sterne, indem sie den Lichtschimmer, der durch die Mündung der Höhle fiel, direkt zurück warfen. Nach einer kleinen Weile erholte ich mich und kam mir vor wie ein Narr. Dann nahm ich allen Mut zusammen, ergriff ein brennendes Stück Holz und stürzte mich nochmals in die Vertiefung. Kaum aber hatte ich drei Schritte vorwärts getan, als ich auch schon von neuem fast ebenso sehr wie zuvor erschreckt wurde. Ich hörte nämlich einen lauten Seufzer wie von einem schmerz gequälten Menschen. Diesem Laut folgte ein anderes Geräusch, welches wie halb ausgesprochene Worte klang und dann abermals ein tiefer Seufzer. Ich trat zurück und war dermaßen entsetzt, dass mich ein kalter Schweiß überlief. Hätte ich einen Hut auf dem Kopf gehabt, so will ich nicht dafür stehen, dass ihn nicht mein zu Berge stehendes Haar abgeworfen hätte. Aber dennoch sammelte ich noch einmal meinen ganzen Mut, ging abermals vorwärts und erblickte jetzt beim Scheine der Fackel, die ich hoch über meinem Kopf hielt, einen ungeheuren gräulichen alten Bock auf dem Boden der Höhle liegen. Ich stieß ihn ein wenig an, um zu sehen, ob ich ihn herausziehen könne und er versuchte auch aufzustehen, hatte aber nicht mehr Kraft genug dazu. Meinetwegen dachte ich, bleib liegen, wo du bist. Denn ich sagte mir, wie er mich erschreckt habe, könne er auch einen Mein Aufenthalt auf der Insel ging jetzt bereits ins 23. Jahr. Ich war auf ihr so eingebürgert und an meine Lebensweise so gewöhnt, dass ich, wenn ich nur mit einiger Sicherheit hätte annehmen dürfen, dass keine Wilden kommen und mich beunruhigen würden, ganz zufrieden gewesen wäre, den Rest meiner Tage hier zu verbringen. Sogar einige kleine Zerstreuungen und Vergnügungen waren mir jetzt vergönnt. Erstens nämlich hatte ich meinen Poll sprechen gelehrt und er war so vertraulich mit mir und sprach manche Worte so deutlich und klar, dass ich große Freude daran hatte. Nicht weniger als 26 Jahre hat er mit mir zusammen gelebt. Wie lange er dann noch nachher existiert haben mag, weiß ich nicht. Doch behauptet man, wie ich mich erinnere, in Brasilien solche Tiere lebten hundert Jahre. Vielleicht ist denn auch der arme Poll noch am Leben und ruft bis auf den heutigen Tag noch nach dem armen Robinson Crusoe. Auch mein Hund war mir 16 volle Jahre hindurch ein sehr treuer und ergebener Gefährte, dann starb er an Altersschwäche. Was meine Katzen betrifft, so vermehrten sie sich, aber zwei oder drei besondere Lieblinge, die ich zahm erhielt, gehörten dann ebenfalls zu meiner Familie. Außerdem hielt ich mir immer einige zahme Ziegen Lämmer im Hause, die mir aus der Hand fraßen. Ferner besaß ich noch zwei andere Papageien, auch diese sprachen ganz gut und konnten beide den Namen Crusoe rufen, wenn auch nicht so deutlich wie mein erster, da ich mir mit keinem von ihnen so viel Mühe gegeben hatte als mit Paul. Außerdem gab es noch einige zahme, dem Namen nach mir unbekannte Seevögel um mich, die ich an der Küste gefangen und denen ich die Flügel beschnitten hatte. Seit die jungen Reiser, die ich vor meiner Wohnung angepflanzt hatte, zu einem hübschen dichten Baumgarten herangewachsen waren, richteten sich diese Vögel unter den niedrigen Bäumen häuslich ein und brüteten dort, was sehr angenehm war. So hätte ich denn mit meinem damaligen Leben sehr zufrieden sein können, wenn nur nicht die Furcht vor den Wilden geblieben wäre. Aber das Schicksal hatte mit eben diesen seine besondere Absicht für mich. Jeder, dem meine Geschichte in die Hände fällt, mag sich folgende sehr wichtige Lehre merken. Oftmals in unserem Lebenslauf wird gerade das Übel, welches wir am meisten zu vermeiden streben und das, wenn es uns befallen hat, uns am aller unerträglichsten erscheint, gerade das Mittel und die Pforte unserer Befreiung. Ich könnte davon viele Beispiele anführen aus meinem wunderbaren Lebenslauf, aber nirgends war es auffallender als während der letzten Jahre meines einsamen Aufenthaltes auf der Insel. Es war im Monat Dezember im 23. Jahr. Um diese Jahreszeit, während der südlichen Sonnenwende, Winter kann ich sie nicht nennen, pflegte ich meine Ernte einzubringen und war deshalb mehr als sonst draußen auf dem Feld beschäftigt. Als ich nun eines Tages, früh am Morgen, ehe es noch ganz hell geworden war, ausging, sah ich zu meiner größten Überraschung einen Feuerschein am Strand. Derselbe leuchtete etwa zwei Meilen entfernt, aber nicht auf der anderen Seite der Insel, sondern zu meiner großen Bestürzung auf der, wo ich wohnte. Sehr überrascht und geängstigt durch diesen Anblick, wagte ich nicht aus meinen Anlagen hinaus zu gehen, aus Furcht angefallen zu werden, aber auch hier fand ich keine Ruhe. Ich quälte mich mit dem Gedanken, die Wilden würden die Insel durchstreifen, meinen Korn, das teils noch auf dem Halm, teils schon geschnitten auf dem Felde stand, oder irgendetwas anderes von meinen Einrichtungen und Verbesserungen finden und sofort daraus schließen, dass sich jemand hier aufhalten müsse. Es war klar, dass sie in diesem Fall nicht eher nachgelassen hätten, bis sie mich aufgefunden haben würden. In verzweifelter Stimmung eilte ich zu meiner Behausung, zog die Leiter hinter mir ein und gab dem Außenwerk meiner Behausung ein so wildes und natürliches Aussehen, wie ich irgend konnte. Nachdem ich mich ungefähr zwei Stunden ruhig verhalten hatte, fing ich an, sehr ungeduldig zu werden, denn leider hatte ich keine Kundschafter, die ich hätte ausschicken können. Ich wartete noch eine Weile und sah darüber nach, was ich beginnen sollte, dann aber konnte ich die Ungewissheit nicht länger ertragen. Ich legte meine Leiter an den Abhang an, zog sie hinter mir wieder auf, legte sie nochmals an und erstieg so den Gipfel des Hügels. Hier zog ich mein Fernglas hervor, legte mich platt auf den Bauch und richtete meinen Blick zur Stelle, an der ich das Feuer gesehen hatte. Bald erblickte ich denn auch nicht weniger als neun nackte Wilde um ein kleines Feuer gelagert. Das letztere konnten sie nicht angezündet haben, um sich zu wärmen, da Fleisch zuzubereiten. Die Fremdlinge führten zwei Boote bei sich, die sie auf den Strand gezogen hatten. Es war gerade die Zeit der Ebbe und mir kam es so vor, als warteten sie nur auf die zurückkehrende Flut, um wieder abzufahren. Man kann sich schwerlich vorstellen, in welche Bestürzung mich der Anblick dieser Gäste versetzte. Besonders überraschte mich der Umstand, dass die Wilden auf meiner Seite der Insel und auch noch ganz in meine Nähe gekommen waren. Als ich mich aber überzeugte, dass ihr Kommen immer nur mit der Ebbe geschehen konnte, fing ich wieder an, mich einigermaßen zu beruhigen, da ich einsah, dass ich zur Zeit der Flut stets mit vollkommener Sicherheit ausgehen dürfte, wenn sie nicht schon vorher auf der Insel waren. In dieser Gewissheit bin ich später auch ganz gelassen an meine Ernte arbeiten gegangen. Wie ich erwartet hatte, so geschah's. Sobald die Flut von Westen her eintrat, sah ich, wie die Wilden in ihre Boote stiegen und wegruderten. Ich muss noch bemerken, dass sie etwa eine Stunde vor ihrem Aufbruch angefangen hatten zu tanzen. Obwohl ich durch mein Glas deutlich ihre Bewegungen beobachten konnte, vermochte ich doch trotz der schärfsten Aufmerksamkeit nicht zu erkennen, Kleider trugen sie nicht, waren vielmehr völlig nackt, ob es Männer oder Frauen waren. Sobald ich sie in den Booten und unterwegs wusste, nahm ich zwei Flinten auf die Schultern, steckte zwei Pistolen in den Gürtel, hing mein großes Schwert an mich und eilte so schnell ich konnte zum Hügel, von wo aus ich die ersten Spuren der Gäste entdeckt hatte. Dort angekommen, was erst nach zwei Stunden geschah, da ich mit Waffen schwer beladen nicht schnell zu laufen vermochte, machte ich die Entdeckung, dass noch weitere drei Kanus mit Wilden dagewesen waren, und gleich darauf erblickte ich sie auch alle zusammen auf dem Meer, dem Festland zusteuernd. Offenbar waren die Besuche, welche die Wilden der Insel abstatteten, nur selten. Es vergingen über fünfzehn Monate, ehe wieder einige landeten. Wenigstens sah ich in der Zwischenzeit keinen der Kannibalen, auch nicht Fußtritte, noch irgendwelche andere Spuren von ihnen. Während der Regenzeit schienen sie sich ohnehin nicht, wenigstens nicht weit auf das Meer zu wagen. Dennoch verbrachte ich diese ganze Zeit in einem unbehaglichen Zustand auf meiner Insel, weil ich in der beständigen Furcht schwebte, dass sie mich einmal unerwartet überfallen könnten. Die Aufregung meines Gemüts war groß. Ich schlief unruhig, hatte immer schlechte Träume und fuhr oft in der Nacht aus dem Schlafe auf. Es war etwa Mitte Mai, ich glaube am 16. soweit ich den Tag nach meinem dürftigen hölzernen Kalender bestimmen und Donner und darauf folgte eine wüste Nacht. Ich weiß nicht mehr genau alle einzelnen Umstände, aber gewiss ist, dass mich, während ich gerade in der Bibel las und in sehr ernsthafte Gedanken über meine gegenwärtige Lage vertieft war, plötzlich der Knall eines Flintenschusses, der mir vom Meer her zu kommen schien, erschreckte. Dies war nun eine ganz andere Art von Überraschung. In der als ein feuriges Aufblitzen mich auf einen zweiten Schuss horchen ließ, den ich dann auch nach ungefähr einer halben Minute hörte. Ich vermutete alsbald, dass hier ein Schiff in Not sein müsse und dass sich ein anderes Schiff in der Nähe befände, dass man mit den Notschüssen um Hilfe bat. Ich hatte Geistesgegenwart genug, sofort daran zu denken, dass wenn auch ich den bedrängten Leuten nicht helfen könnte, doch vielleicht sie mich zu retten vermochten. Darum trug ich so viel dürres Holz wie ich finden konnte zusammen und steckte es, nachdem ich einen guten Haufen aufgetürmt hatte in Brand. Das Holz war trocken und flammte deshalb hell auf, brannte auch trotz des heftigen Windes ganz nieder. Ich zweifelte nun nicht, dass wenn wirklich ein Schiff in der Nähe war, die Leute an Bord das Feuer gesehen hatten. Dies war auch der Fall gewesen, denn sobald die Flamme aufloderte, hörte ich wieder einen Schuss und dann noch mehrere, alle aus derselben Richtung. Ich unterhielt das Feuer die ganze Nacht hindurch, bis zum Tagesanbruch. Als es ganz hell geworden war und der Himmel sich aufgeheitert hatte, sah ich in der Ferne einen Gegenstand am Horizont, konnte aber selbst mithilfe des Fernglases nicht unterscheiden, ob es ein Segel oder der Rumpf eines Schiffes war, denn die Entfernung war zu groß und die Luft über dem Wasser noch immer etwas dunstig. Vergebens, die möglichen Retter waren bald ganz verschwunden, meine Angst vor den Wilden nicht. Mehr als anderthalb Jahre später war es dann soweit. Eines Morgens wurde ich weniger als fünf Kanus, die auf meiner Insel Seite am Ufer lagen, überrascht. Die dazugehörige Mannschaft war zwar nicht zu sehen, aber die große Zahl der Fahrzeuge erschütterte mich. Ich wusste, immer vier oder sechs oft auch mehr Wilde in einem Boote zu sitzen pflegten. Wie sollte ich es anfangen, als einzelner Mann zwanzig bis dreißig dieser Feinde anzugreifen? So lag ich denn missmutig und unruhig in meiner Festung, traf jedoch alle Vorbereitungen und war gerade schlagfertig, als sich etwas Seltsames ereignete. Nachdem ich nämlich eine gute Weile gewartet, ob sich kein Lärm vernehmen lasse, hatte ich meine Gewehre an den Fuß der Leiter gestellt und war dann erneut auf den Gipfel des Hügels hinauf geklettert, wobei ich jedoch den Kopf so gebogen ich mit dem Fernglas, dass die Anzahl der Wilden sich auf nicht weniger als dreißig Mann belief. Sie hatten ein Feuer angezündet und eine Mahlzeit von gebratenem Fleisch vor sich. Wie sie es zubereitet hatten oder was es für Fleisch war, wusste ich nicht. Sie tanzten gerade in wunderbaren Windungen und mit barbarischen Grimassen rund um das Feuer herum. Da bemerkte ich plötzlich durch mein Glas, wie man einen Unglücklichen aus den Booten, wo er wie es schien gefesselt gelegen hatte, herbeischleppte. Mit einem Male zuckte in dem armen Teufel, der sich in einem kurzen Moment ein wenig frei fühlen musste, die Liebe zum Leben auf und er rannte mit unglaublicher Schnelligkeit geradewegs in meine Richtung. Ich war zu Tode erschrocken, besonders weil ich zu bemerken glaubte, dass ihn der ganze Haufen verfolgte. Ich blieb auf meinem Posten und mein Mut stieg, als ich sah, dass nur drei Leute den flüchtigen Gefangenen verfolgten. Noch mehr freute ich mich darüber, dass er sie an Schnelligkeit weit übertraf und dass er, wenn er den Lauf nur eine halbe Stunde lang aushalten könne, sich retten werde. Zwischen den Wilden und meiner nicht in die Hände der Verfolger fallen sollte. Wirklich warf sich der Flüchtling an dem Meeresarme angekommen ohne weiteres in das Wasser, durchschwamm die gerade durch die Flut angeschwollene Strömung in etwa dreißig Stößen und rannte dann ans Land gelangt mit ungemeiner Kraft und Flinkheit weiter. Als die drei Wilden zur Bucht kamen, stürzten sich auch diese in die Flut. In diesem Augenblick kam mir lebhaft und unwiderstehlich der Gedanke, dass jetzt mein Moment gekommen sei, dem armen Teufel das Leben zu retten. Ich stieg in möglichster Eile die Leitern herunter, ergriff die am Fuß derselben stehenden zwei Gewehre, erkletterte in gleicher Hast wieder den Gipfel des Hügels, eilte von dort aus zum Meer und gelangte dadurch zwischen den Flüchtling und seine denen, die ihn verfolgten. Ich gab ihm aber ein Zeichen zu mir zu kommen und ging unterdessen langsam den anderen entgegen. Ich feuerte ein paar Mal in ihre Richtung, traf den einen am Arm und schlug sie damit in die Flucht. In Windeseile durchquerten sie wieder die Bucht und rannten, so schnell sie ihre Beine trugen, ihren Booten entgegen. Der arme Flüchtling aber war so durch Feuer und Knall meines Gewehrs entsetzt, dass er wie eine Säule stand und sich nicht vom Fleck rührte. Dabei schien er aber eher geneigt zu fliehen, als zu mir zu kommen. Ich rief ihn nochmals an und winkte ihm herbeizukommen. Er machte einige Schritte vorwärts, blieb dann stehen, ging wieder einige Schritte und hielt abermals inne. Ich sah, wie seine Dankbarkeit dafür anzudeuten, dass ich ihm das Leben gerettet hatte. Ich sah ihn lächelnd und freundlich an und forderte ihn mit Winken auf, noch näher zu kommen. Endlich befand er sich dicht bei mir, kniete abermals nieder, küßte die Erde, legte den Kopf auf den Boden, ergriff meinen Fuß und stellte diesen auf seinen Kopf. Er wollte damit, wie es schien andeuten, zwar nicht verstand, über die ich mich aber dennoch sehr freute. Denn sie waren der erste Ton einer Menschenstimme, die ich außer der meinigen seit mehr als 25 Jahren vernommen hatte. Doch war zu solchen Betrachtungen jetzt keine Zeit. Ich nahm ihn mit mir, ging aber statt zu meiner festung lieber zu meiner im abgelegenen Teile der Insel befindlichen Höhle. Dort gab ich ihm Brot, ein Bündel Rosinen und einen guten Schluck Wasser, wonach er sehr gierig war. Als er sich so gestärkt hatte, machte ich mit Zeichen deutlich, dass er sich schlafen legen solle. Ich zeigte ihm einen Ort, wo ein Haufen Reis Stroh und eine Decke zu meinem eigenen zeitweiligen Gebrauch lag, und der arme Bursche hatte sich kaum darauf ausgestreckt, als 26 Jahre alt sein. Seine Gesichtszüge waren männlich und ohne wilden Ausdruck. Besonders wenn er lächelte, hatte er die ganze Anmut und Sanftmut eines Gebildeten. Sein Haar war lang und schwarz und nicht völlig gekräuselt, die Stirn hoch und breit und seine Augen sehr lebhaft und von einem funkelnden scharfen Ausdruck. Seine Hautfarbe war nicht völlig schwarz, sondern braun-gelb von das einen angenehmen, aber schwer beschreiblichen Anblick gewährte. Sein Gesicht war rund und voll, die Nase klein, der Mund schön, die Lippen schmal, die Zähne wohlgereiht und weiß wie Elfenbein. Nachdem er über eine halbe Stunde lang geschlafen hatte, erwachte er und kam aus der Höhle zu mir in die dicht daneben befindliche Einfriedung, wo ich gerade meine Ziegen molk. Sobald er mich erblickte, eilte er herbei, warf sich auf die Erde und suchte mir mit allen möglichen seltsamen Gebärden seine Dankbarkeit zu bekunden. Zuletzt legte er den Kopf auf die flache Erde und setzte wie schon einmal einen meiner Füße darauf. Kurz er versuchte anzudeuten, dass er mir sein ganzes Leben hindurch treu zu dienen gewillt sei. Das meiste von dem, was er sagen wollte, begriff ich auch, und ich gab ihm zu verstehen, dass ich mit ihm zu Frieden sei. Nicht lange darauf fing ich schon an, ihn im Sprechen zu unterrichten. Zunächst brachte ich ihm bei, dass er Freitag heißen solle, weil ich ihm das Leben gerettet hatte. Ich lehrte ihn ferner, mich Herr anzureden, Ja und Nein zu sagen und die Bedeutung beider Worte zu verstehen. Als ich ihm Milch aus einem Topf zu trinken gab, zeigte ich ihm, wie ich selbst daraus trank und mein Brot darin eintauchte, reichte ihm dann ein Stück Brot und er tat es auch. Während der folgenden Nacht blieb ich mit ihm an jenem Orte, sobald aber der Tag angebrochen war, forderte ich ihn auf mir zu folgen, da ich ihm Kleider geben wollte. Er schien sehr froh darüber zu sein, da er völlig nackt war. Ich gab Freitag den Säbel in die Hand, Bogen und Pfeile auf den Rücken und ließ ihn außerdem ein Gewehr für mich tragen, während ich mich selbst mit zwei weiteren bewaffnete. So ausgerüstet gelangten wir nach einiger Zeit zu meiner Festung. Dort Ziegenfell, so gut ich es vermochte, eine Weste, denn ich hatte mich jetzt zu einem ganz guten Schneider ausgebildet. Ferner fertigte ich ihm aus Hasenfell eine Mütze, die ihm recht hübsch zu Gesicht stand, und so war er für's Erste ziemlich gut bekleidet. Es machte ihm nicht wenig Vergnügen, beinahe so schön wie sein Herr selbst angezogen zu sein, vor allem nachdem Am nächsten Tag überlegte ich, wo Freitag in Zukunft wohnen sollte. Um ihm die gleiche Bequemlichkeit, wie ich sie selbst genoss zu verschaffen, errichtete ich für ihn ein kleines Zelt auf dem freien Platz zwischen meinen beiden Festungswerken. Da man aber von hier aus in die Höhle gelangen konnte, zimmerte ich eine Brettertür und setzte diese in die Öffnung. Ich richtete es so ein, dass sie von innen zu öffnen war und verriegelte sie bei Nacht. Da ich abends auch meine Leitern einzog, konnte Freitag nicht in meine innerste Behausung gelangen, ohne so viel Lärm zu verursachen, dass ich hätte wach werden müssen. In der Öffnung, die für das Hineinsteigen mit der Leiter eingelassen war, hatte ich eine Art Falltür angebracht, die sich, hier in den inneren Raum. Diese Vorkehrungen wären aber eigentlich nicht nötig gewesen, denn nie hat jemand einen treueren, anhänglicheren und aufrichtigeren Diener gehabt, als Freitag es für mich war. Frei von schlimmen Leidenschaften, nie mürrisch oder arglistig, ganz und gar mir ergeben, liebte er mich wie das Kind seinen Vater. Ich kann sagen, dass er sein Leben für mich bei jeder Gelegenheit ohne weiteres geopfert haben würde, denn die mannig fachsten Beweise haben mir das unzweifelhaft gezeigt. Ich erachtete es als meine Pflicht, Freitag in allem zu unterweisen, was ihn nützlich und geschickt machen könnte. Besonders gab ich mir Mühe, ihm das Sprechen und das Verstehen von Zeichen beizubringen. Er war der aufgeweckteste Schüler, den man sich denken kann, voll Heiterkeit, von emsigem Fleiß und so voll Freude. Mein Leben gestaltete sich jetzt so angenehm, dass ich mir oft sagte, wenn mich nur die übrigen Wilden in Ruhe ließen, wollte ich an eine Flucht von meiner Insel gar nicht mehr denken. Einige Tage nach meiner Rückkehr in meine Festung nahm ich Freitag früh morgens mit in den Wald. Ich beabsichtigte nämlich, eines In der Festung angekommen, befremdete ihn am meisten, dass ich das Fleisch mit Salz aß. Freitag gab mir zu verstehen, dass Salz nicht gut schmecke, steckte ein wenig davon in den Mund, schien dabei Ekel zu empfinden, spuckte es wieder aus und spülte danach den Mund mit frischem Wasser aus. Hierauf nahm ich meinerseits etwas Fleisch ohne Salz in den Mund und stellte mich gleichfalls, als ob ich es wieder ausspucken müßte, gerade weil es nicht gesalzen sei. Aber das half nichts. Lange Zeit wollte er nichts davon wissen, Fleisch oder Bouillon mit Salz zu genießen und auch später nahm er immer nur ein wenig von diesem Gewürz dazu. Den nächsten Tag gab ich Freitag dann ein Stück geröstetes Fleisch von dem Lamm zu essen. Ich hatte das Rösten bewerkstelligt, legte ich einen dritten Stock darüber, hing an diesen das Fleisch mit einem Seil auf und ließe sich daran fortwährend drehen. Freitag staunte nicht schlecht, als er von dem Fleisch gekostet hatte, drückte er auf verschiedenste Weise sehr deutlich aus, wie gut es ihm schmecke. Das jetzt folgende Jahr war das angenehmste unter allen, die ich auf der Insel zugebracht habe. Freitag fing an, ganz gut sprechen zu lernen und verstand die Namen fast aller Gegenstände und aller Orte, zu denen ich ihn schickte. Er schwatzte ohne Unterlass mit mir und ich gebrauchte jetzt meine Zunge wieder sehr eifrig, nachdem ich so lange keine Gelegenheit gehabt hatte, sie zu benutzen. Mein Gefährte machte mir auch in anderer Hinsicht viel Freude und ich begann ihn von Herzen lieb Einmal wollte ich herausfinden, ob er Heimweh habe und zurück in seine Heimat wolle. Da er jetzt genug Englisch verstand, um fast auf alle meine Fragen antworten zu können, fragte ich ihn, ob das Volk, zu dem er gehöre, nie eine Schlacht gewonnen habe. Lächelnd erwiderte er, ja, ja, wir immer fechten das Beste, womit er sagen wollte, dass sein Volk immer das Beste fechtet, wie kommt es dann Freitag, dass du gefangen genommen wurdest? Mein Volk trotzdem schlägt das meiste. Wieso schlagen? Wenn dein Volk sie schlägt, wie konntest du gefangen werden? Sie viel mehr waren als wir, sie eins, zwei, drei und mich gefangen haben. Mein Volk sie auch geschlagen haben, aber auf Platz, wo ich nicht war, dort mein Volk gefangen haben, eins, zwei, ein großes Tausend. Aber weshalb hat dein Volk dich nicht aus der Hand der Feinde befreit? Sie mit eins, zwei, drei und mir fortlaufen und den Kanu bringen, mein Volk damals nicht hatten Kanu. Nachdem ich ihn gefragt hatte, wie weit sein Land von unserer Insel sei und ob die Kanus nicht oft untergingen, erwiderte er, es sei keine Gefahr dabei und nie sei eins verloren gegangen. Denn wenn man ein wenig nach der See hinkomme, so finde sich da eine Strömung, die sich morgens immer in einer anderen Richtung als des Nachmittags bewege. Damals glaubte ich, dies beziehe sich nur auf den Wechsel von Ebbe und Flut. Später aber erfuhr ich, dass es von der Gewalt des Strom wechsels im mächtigen Orinoco Fluss herrühre, in dessen Golf oder Mündung, wie mir nachmals bekannt wurde, unsere Insel lag. Jenes Land, das ich im Westen und Nordwesten bemerkt hatte, war nämlich die große Insel Trinidad. Ich richtete von jetzt ab an Freitag tausenderlei Fragen über das Land, die Einwohner, die See, die Küsten und die benachbarten Nationen und er sagte mir mit der größten Aufrichtigkeit alles, was er darüber wusste. Durch meine Fragen nach den Namen der Nationen seines Stammes brachte ich jedoch nur den Namen Carribs aus ihm heraus. Hieraus entnahm ich leicht, dass es die Karaiben waren, deren Wohnsitze auf unseren Karten zwischen der Mündung des Orinoco bis nach Guyana und weiter bis St. Martin bezeichnet sind. Wie Freitag mir sagte, wohnten weit jenseits des Mondes, das heißt des Monduntergangs, was im Westen seines Landes sein musste, weißbärtige Männer wie ich, wobei er auf meinen großen Backenbart zeigte. Ich entnahm daraus, dass er die Spanier meinte und fragte dann, wie ich es anfangen könne, von unserer Insel zu jenen weißen Männern zu gelangen. Ja, ja, antwortete er, es gehen kann in zwei Kanus. Ich verstand nicht, was er damit meinte und brachte erst nach großen Anstrengungen heraus, dass er unter jener Bezeichnung ein großes Boot, das so umfangreich wie zwei Kanus sei, verstanden hatte. Diese Unterredung erfreute mich sehr und seitdem hielt ich die Hoffnung fest, früher oder später einmal die Gelegenheit zu finden, mit Hilfe dieses armen Wilden von meiner Insel zu entrinnen. Nachdem ich Freitag näher kennengelernt hatte und er fast alles, was ich sagte verstehen und wenn auch nur in gebrochenem Englisch sprechen konnte, machte ich ihn mit meiner eigenen Geschichte bekannt, wenigstens mit dem, was sich auf meinen Aufenthalt auf der Insel bezog. Ich erzählte ihm, wie lange und in welcher Weise ich dort bisher gelebt hatte, weihte ihn in das Geheimnis der Anwendung von Pulver und Blei ein und lehrte ihn, mit Schießwaffen Beil hängen konnte, das nicht nur eine gute Waffe, sondern auch für andere Gelegenheiten ein vortreffliches Werkzeug war. Auch eine Beschreibung der europäischen Länder, besonders meiner Heimat England, gab ich ihm. Ich erzählte ihm, wie man dort lebt, schilderte ihm den englischen Welthandel und gab eine Beschreibung des zertrümmerten Schiffes, an dessen Bord ich gewesen war und zeigte ihm die Stelle, wo es gelegen hatte. Geraume Zeit später befanden wir uns eines Tages auf dem Gipfel des Hügels an der Ostseite der Insel, von dem aus ich an einem hellen Tage das Festland von Amerika entdeckt hatte. Das Wetter war sehr heiter. Freitag schaute aufmerksam zum Festland und plötzlich fing er an zu springen und zu tanzen und rief mich, da ich etwas entfernt von ihm stand herbei. Ich fragte ihn, was es gäbe. Oh Freude, antwortete er, dort ich sehe mein Land, dort wohnen mein Volk. Sein Gesicht glänzte dabei vor Lust, seine Augen funkelten und eine seltsame Begierde zeigte sich in seinen Minen, als ob es ihn innig verlange wieder in der Heimat zu sein. Hast du nicht Lust wieder in deinem Lande und bei deinem Volke zu sein? Ja, erwiderte Freitag, ich viel froh sein würde bei eigenem Volke zu sein. Was würdest du dort machen? hakte ich nach. Ich machen werde, sie haben dich lieb. Er meinte damit, dass er seinem Volk erzählen wollte, wie ich ihm das Leben gerettet habe. Dann erzählte er, wie freundlich siebzehn weiße Männer, die Bartmänner, wie er sie nannte, bei seinem Volke behandelt wurden, nachdem sie durch ein Schiffsunglück an ihren Strand geraten seien. Seit dieser Zeit hatte ich Lust, die Überfahrt zu wagen, um mich möglichst mit jenen bärtigen Männern, die, wie ich nicht zweifelte, Spanier oder Portugiesen waren, zusammen zu tun. Es schien mir leicht, von dort aus, wenn ich erst auf dem Festland und in zivilisierter Gesellschaft sei, heimzukehren, landgelegenen Insel hauste. Einige Tage später führte ich Freitag zu meinem Kanu, das immer noch auf der anderen Seite der Insel lag, zeigte es ihm, nachdem ich es vom Wasser befreit hatte, denn der Vorsicht wegen hatte ich es versenkt, und setzte mich mit ihm hinein. Freitag zeigte sich sofort sehr geschickt im Steuern und Rudern und brachte es fast so rasch von der Stelle wie ich. Als wir uns in das Boot gesetzt hatten, sagte ich, nun Freitag, wie ist's? Wollen wir jetzt zu deinem Vaterland fahren? Er machte ein sehr bedenkliches Gesicht und schien das Fahrzeug für eine so weite Reise zu klein zu finden. Hierauf teilte ich ihm mit, dass ich noch ein größeres besitze und begab mich am nächsten Tag mit ihm an den Ort, wo das von mir zuerst gebaute Boot lag, das ich nicht hatte ins Wasser bringen können. Dieses sei, sagte Freitag, groß genug. Es war aber, da ich mich fast 23 Jahre lang nicht darum bekümmert hatte, von der Sonne so ausgedörrt, dass es Sprünge bekommen hatte und beinahe verfault war. Freitag versicherte, mit solch einem Boot lasse sich die Überfahrt ausführen. Es würde viel Zeit war ich wirklich entschlossen, mit Freitag aufzubrechen. Ich teilte ihm mit, dass wir uns ein ebenso großes Boot bauen wollten, um darin in sein Vaterland reisen zu können. Bald schon entdeckte Freitag, der viel mehr Holzkenntnis als ich besaß, einen geeigneten Baum. Freitag schlug vor, den Baum durch Ausbrennen auszuhöhlen. Ich zeigte ihm aber, wie das besser mit Werkzeugen zu bewerkstelligen sei, mit denen er dann auch sehr geschickt hantierte. Nach Ablauf eines Monats harter Arbeit war das Werk vollendet. Das Boot war wirklich hübsch anzusehen, besonders nachdem wir mit den Äxten die Außenseite des Baumes in wirkliche Bootsgestalt gebracht hatten. Hierauf brauchten wir jedoch noch 14 Tage, um es Stück für Stück Zoll für Zoll auf großen Walzen ins Wasser zu bringen. Als es flott war, erkannten wir, dass das Boot mit Leichtigkeit 20 Mann zu tragen vermochte. Nicht wenig überraschte es mich zu sehen, wie geschickt und rasch Freitag das große Fahrzeug im Wasser zu bewegen und zu lenken verstand. Auf meine Frage, ob wir wohl darin die Überfahrt wagen dürften, sagte er, ja, wir können wagen recht gut, wenn auch weht großer Wind. Meine weitere Absicht ging nun darauf, einen Mastbaum und ein Segel anzufertigen und das Boot mit Anker und Tau zu versehen. Ein Mast war leicht genug zu bekommen. Ich wählte mir eine schlanke junge Zeder, die sich in der Nähe befand aus, denn solche Bäume gab es auf der Insel im Überfluss. Ich wusste, dass ich alte schlagen und ich sie nicht sehr sorgsam aufbewahrt hatte, weil mir nie der Gedanke gekommen war, sie je gebrauchen zu können, glaubte ich, sie seien allesamt verfault. Bei den meisten war dies auch der Fall. Jedoch fand ich zwei noch gut erhaltene Stücke, machte mich an die Arbeit und brachte mit großer Mühe und durch natürlich sehr langsame und plumpe Näherei, denn ich Flugsegel nennen. Mit einem solchen Segel wusste ich am besten umzugehen. Ich vervollständigte mein Werk, indem ich noch ein kleines Fock, also ein Vorsegel anbrachte und auch ein Besam Segel hinzufügte, für den Fall, dass wir gegen den Wind fuhren. Vor allem aber brachte ich einen Steuerruder an, was mich glaube ich fast ebenso viel Anstrengung kostete wie die Erbauung des Bootes selbst. Nachdem dies alles vollbracht war, hatte ich zunächst noch Freitag in der Lenkung des Boots zu unterweisen. Denn obwohl er sehr gut mit einem Kanu umzugehen verstand, wusste er doch nichts von allem, was zum Segeln und Steuern gehört. Er staunte nicht wenig, als er mich das Boot hier und dahin mit dem Steuer lenken und das Segel je nach der Richtung, die wir einschlugen sich blähen sah und stand ganz verdutzt und überrascht dabei. Jedoch durch ein wenig Übung machte ich ihn mit all diesen Dingen vertraut und er wurde bald ein ganz geschickter Matrose, nur dass er mit einem Kompass nichts anzufangen wusste. Das war nicht weiter schlimm, da der Himmel in diesem Klima selten umnebelt, das Wetter nicht oft trübe und der Gebrauch jenes Hilfsmittels nur selten geboten war. Man konnte sich nachts immer nach den Sternen richten und tagsüber sah man ja stets die Küste, ausgenommen während der Regenzeit, in welcher aber auch niemand Lust haben konnte, sich aufs Meer zu wagen. Ich hatte jetzt das 27. Jahr meiner Gefangenschaft angetreten. Nun ja, die letzten drei Jahre mit Freitag fühlte ich mich nicht wirklich gefangen. Unser neues Boot hatten wir so sicher wie möglich in der Bucht geborgen, die mir früher als Anlegestelle für mein Floß gedient hatte. Ich ließ Freitag ein kleines Dock graben, das groß genug war, um es zu fassen und tief genug, dass es darin im Wasser schwimmen konnte. Dann zog ich während der Ebbe am Eingang des Docks einen festen Damm, um das Wasser abzuhalten und so lag das Boot auch zur Flutzeit ruhig und sicher. Um den Regen abzuhalten legten wir eine Menge Zweige darüber, bis es so dicht wie ein Haus gedeckt war. Hierauf harten wir ruhig dem November und Dezember entgegen, für welche Zeit ich die Ausführung unseres Planes beschlossen hatte. Sobald die gute Jahreszeit wiedergekehrt war, betrieben wir als Proviant für die Fahrt zurück. Es war meine Absicht, nach ein oder zwei Wochen das Dock zu öffnen und das Boot auslaufen zu lassen. Doch ein gar merkwürdiges und unverhofftes Ereignis kam uns zuvor, ein Ereignis, das mir ein so wichtiges war, wie kein anderes auf der Welt. Ich schlief eines Morgens fest in meiner Behausung, als Freitag hastig hereinstürzte mit dem lauten Ausruf »Herr, Herr, Sie sind da!« Sofort sprang ich auf und eilte durch mein jetzt ziemlich dicht gewordenes Gehölz. Ich hielt Ausschau und erblickte in einer Entfernung von etwa einer und einer halben Meile ein mit Dreiecks Segel versehenes Langboot, das mit lustigem Winde auf die Insel zusteuerte. Es kam aber, wie ich sogleich bemerkte, nicht von jener Seite, auf der wir die Hüste hatten liegen sehen, sondern von dem südlichsten Ende der Insel her. Mit Rücksicht darauf rief ich Freitag und befahl ihm, sich dicht neben mir zu halten, weil wir nicht wüssten, ob sie als Freunde oder Feinde kämen. Dann ging ich, um ein Fernglas zu holen, nahm die Leiter und bestieg den Gipfel des Hügels, wie ich es zu tun pflegte, wenn ich ungesehen beobachten wollte. Kaum hatte ich den Schiff vor Anker liegen, etwa zwei Meilen von mir, aber nur anderthalb Meilen von unserer Küste entfernt. Ich erkannte das Fahrzeug deutlich als ein englisches und auch das Langboot schien ein solches zu sein. Mein Seelenzustand war unbeschreiblich. Wie unaussprechlich ich mich auch darüber freute, ein Schiff zu sehen, das vermutlich mit Landsleuten von mir, also mit Freunden bemannt war, so überkamen mich doch bedenken, die mir geboten, auf der Hut zu sein. Ich fragte mich zunächst, was wohl ein englisches Schiff in dieser Gegend, durch welche keinen Weg hin oder zurück von einem englischen Handelsplatz führe, zu suchen haben könne. Stürme, die es hätten verschlagen haben können, hatten in jüngster Zeit nicht statt gefunden, deshalb nahm ich an, dass die Mannschaft, wenn sie wirklich aus Engländern bestehen würde, wohl kaum etwas Gutes im Schilde führe. Und, sagte ich mir, es ist jedenfalls besser für dich, zu bleiben, wo du bist, als in die Hände von Dieben und Schurken zu fallen. Ich befand mich noch nicht lange auf meinem Posten, als ich das Boot meine Küste ansteuern sah, als wenn es dort einen bequemen Landungsplatz suche. Sobald sie gelandet waren, bestätigte sich meine Vermutung, dass sie Engländer waren, wenigstens in Bezug auf die meisten. Zwei davon hielt ich für Holländer, jedoch wie sich nachher ergab mit Unrecht. Von den elf Leuten, die ich erkannte, waren drei unbewaffnet und, wie es schien, gefesselt. Als die ersten vier oder fünf der übrigen ans Ufer gesprungen waren, führten sie jene drei wie Gefangene aus dem Boot. Nachdem ich einige Zeit beobachtet hatte, wie schmachvoll die drei Gefangenen von den übrigen Seeleuten behandelt wurden, sah ich, dass diese sich auf der Insel zerstreuten, als ob sie die Gegend erst einmal in Ruhe erkunden wollten. Die drei hätten jetzt freilich auch gehen können, wohin sie wollten, aber sie saßen mit verzweifelten Blicken nachdenklich auf der Erde. Das erinnerte mich daran, wie ich selbst einst bei meiner Ankunft auf der Insel mutlos umher geschaut und mich verloren gegeben hatte, wie ich aus Furcht von den wilden Tieren gefressen zu werden, die Nacht hindurch auf dem Baume geblieben war, und wie ich damals so ganz und gar keine Ahnung von der Hilfe gehabt hatte, die mir dadurch beschieden war, dass sich unser trostlosen Menschen dort, ohne Ahnung davon, wie sicher und nahe ihre Rettung war. Zum Zeitpunkt, als die Fremden das Ufer betreten hatten, war gerade die Flut im höchsten Stadium. Während sie sich auf der Insel umgesehen hatten, war die Flutzeit verstrichen und ihr Boot lag nun gänzlich auf dem Trockenen. Zwei in diesem zurückgebliebene Männer hatten, wie ich später erfuhr, zu viel Brandwein getrunken und waren eingeschlafen. Einer davon wachte zuerst auf und da er das Boot auf dem Sand sitzen sah, rief er die Umherstreifenden zu Hilfe. Diese kamen auch sofort herbei, vermochten aber trotz aller Anstrengung das Fahrzeug, da es zu schwer war und da das Ufer an jener Stelle aus feinem, tiefem, fast schlammartigem Sande bestand, nicht wieder flott Diese Äußerung klärte mich über den wichtigen Punkt völlig auf, mit was für Landsleuten wir es zu tun hatten. Außerdem wusste ich, dass das Boot frühestens in zehn Stunden wieder flott gemacht werden konnte, bis dahin aber musste es schon völlig dunkel sein und ich konnte dann gefahrloser die Bewegungen der Fremden beobachten und ihre etwaigen Unterredungen behorchen. Fürs Erste machte ich mich jetzt kampffertig jedoch mit mehr Umsicht als sonst. Ich befahl auch Freitag, den ich inzwischen zu einem vortrefflichen Schützen herangebildet hatte, sich mit Waffen zu versehen. Mein Aussehen war durchaus dazu geeignet, Furcht zu erregen. Ich sah schrecklich aus in meinem Rock aus Ziegenfell und der Mütze auf dem Kopf, den bloßen Säbel an der Seite, zwei Pistolen im Gürtel und eine Flinte an jeder Schulter. Obwohl ich anfangs entschlossen war, vor Einbruch der Nacht nichts zu unternehmen, änderte ich doch bald meinen Plan. Gegen zwei Uhr nämlich, als die Hitze den höchsten Grad erreicht hatte, bemerkte ich, dass alle Seeleute einzeln in den Wald gegangen waren, wahrscheinlich um dort einen Mittagsschlaf zu halten. Die drei unglücklichen Gefangenen aber, zu sorgenvoll um zu schlafen, saßen im Schatten eines großen Baumes etwa eine Viertelmeile von mir entfernt. Dort konnten sie, wie ich glaubte, von keinem der übrigen gesehen werden, und daraufhin beschloss ich, mich ihnen zu zeigen und sie zu befragen. Sofort machte ich mich in dem oben beschriebenen Aufzug auf den Weg, Freitag folgte eine Strecke hinter mir gleichfalls fürchterlich anzuschauen, wenn auch nicht ganz so ungeheuerlich wie ich. Ich näherte mich den Fremden, soweit es ging, ohne bemerkt zu werden, und rief ihnen dann, ehe mich einer erblickt hatte, in spanischer Sprache laut zu, wer seid ihr Leute? Sie stutzten bei dem Laut, aber in weit größere Verwirrung gerieten sie noch, als sie mich in meinem sonderbaren Aufzug nicht von mir, vielleicht ist euch ein Freund näher, als ihr es gehofft habt. Dann muss er geradewegs vom Himmel geschickt worden sein, sagte traurig einer der Gefangenen zu mir, denn in unserer Lage ist Menschenhilfe ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn ein Engel Gottes zu eurer Errettung geschickt worden wäre, entgegnete ich, so würde er in besseren Kleidern gekommen sein als ich ich bitte euch gebt alle Furcht auf. Ich bin ein gewöhnlicher Mensch wie andere und zwar ein Engländer und beabsichtige euch beizustehen. Ihr seht, ich habe zwar nur einen Diener, wir besitzen aber Waffen und Munition. Sagt uns gerade heraus, ob wir euch nutzen können. Was für ein Schicksal ist es, das euch betroffen hat? Unser Schicksal zu erzählen, Herr, sprach der eine, würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Kurz heraus gesagt, Herr, ich war Kapitän jenes Schiffes dort vor Anker und meine Mannschaft hat gegen mich eine Meuterei unternommen. Nur mit Mühe ist sie davon abgebracht worden, mich über Bord zu werfen und endlich haben sie mich nebst diesen beiden Männern, von denen der eine mein Steuermann, der andere einer meiner Schiffspassagiere war, an diesem öden Eiland ausgesetzt. Wo sind diese Schurken hin? fragte ich. Dort liegen sie, Herr, erwiderte der Kapitän, indem er auf ein Baum dick ich zeigte. Mein Herz zittert vor Furcht, dass sie uns gesehen und euch sprechen gehört haben. Wenn das der Fall ist, werden sie uns sicherlich alle bestrafen. Haben sie Feuerwaffen? fragte ich. Nur zwei Flinden, eine dritte liegt noch im Boot. Nun gut, meinte ich, dann überlasten mir das übrige. Nun denn, lasst uns erst einmal aus dem Bereich ihrer Augen und Ohren zurückziehen, damit sie nicht erwachen, und dann können wir das weitere beschließen. Hierauf folgten mir die Fremden willig, bis der Wald uns verbarg. Hört, sagte ich, als wir im Dickicht angekommen waren, wenn ich mich zu eurer Befreiung in Gefahr begebe, seid ihr dann auch bereit, euch zwei Bedingungen gänzlich zu unterwerfen? Der Kapitän kam meinen Vorschlägen zuvor und versicherte, sowohl er wie sein Schiff, wenn er es wieder in seine Gewalt bekommen sollte, ganz und gar meinen Befehlen untergeben sein solle. Und wenn er der Welt ich ihn auch schicken möchte, die beiden anderen sprachen sich in gleicher Weise aus. Meine Bedingungen sind nur diese zwei. Die erste, dass ihr, solange ihr auf dieser Insel weilt, meinen Befehlen Folge leistet. Zweitens, dass ihr, wenn ihr euer Schiff wiederbekommt, mich und meinen Gefährten in freier Überfahrt nach England zu bringen versprecht. Der Kapitän gab mir alle möglichen und erdenklichen Versprechungen. Nun denn, erwiderte ich, hier sind drei Musketen mit Pulver und Blei für euch. Sagt mir jetzt, was für ein Verfahren ihr für das Zweckmäßigste erachtet. Wir beratschlagten kurz und entschieden uns dann für einen Angriff. Als die Gegner die Größe der Gefahr und die Vergeblichkeit des Widerstands einsahen, baten sie um Gnade. Der Kapitän versprach ihnen, dem Kapitän treuen Beistand zum Wiedergewinnen des Schiffes und Zur Rückkehr nach Jamaika zu leisten, woher sie gekommen waren. Das taten sie allesamt. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden, machte aber zur Bedingung, dass die nun Gefangenen an Hand und Fuß gefesselt bleiben müssten, solange sie auf der Insel verweilten. Jetzt erst bot sich die Gelegenheit für mich und den Kapitän den Bericht unseres gegenseitigen Schicksals auszutauschen. Ich begann und erzählte ihm meine ganze Geschichte, die er mit Aufmerksamkeit und Verwunderung anhörte. Daraufhin zeigte ich ihm und seinen beiden Gefährten meine Festung, und zwar auf dem Wege, auf welchem ich diese selbst verlassen hatte, nämlich über den Hügel. Dort stärkten sie sich mit dem, was ich an Lebensmitteln vorrätig hatte. Alles, was sie sahen, erfüllte sie mit höchstem Erstaunen. Der Kapitän bewunderte besonders die Befestigung meiner Wohnung und wie vollkommen ich meinen Zufluchtsort durch das kleine Wäldchen versteckt hatte. Ich hatte es vor nun beinahe 20 Jahren angelegt und es war, da die Bäume hier viel rascher als in England wachsen, schon stattlich groß und so dick geworden, dass man es nur durch den von mir gebahnten gewundenen Pfad passieren konnte. Für jetzt war aber unsere wichtigste Aufgabe, das Schiff wieder in unsere Gewalt zu bekommen. Der Kapitän gestand, dass er durchaus nicht wisse, was dazu für Maßnahmen zu ergreifen seien. Es befänden sich nämlich noch 13 Mann an Bord, die, weil sie sich auf die Meuterei eingelassen hätten, alle nach dem Gesetz bestraft werden müssten. Es sei ihnen bekannt, dass sie bei ihrer rückkunft nach England sofort auf die Galären oder als Sträflinge in englische Kolonien gebracht würden und daher sei ein Angriff auf sie bei unserer geringen Zahl unmöglich. Ich vermutete, dass die Schiffsmannschaft sicherlich, um nachzusehen, was aus ihren Kameraden und dem Boot geworden sei, binnen kurzer Zeit in ihrem anderen Boot zur Insel kommen, vielleicht Waffen mitbringen und uns dann überlegen sein würde. Deshalb schlug ich als erstes vor, das Boot, welches bei uns auf dem Sand lag, sehr untüchtig zu machen. Wir nahmen die Waffen und was sich sonst an Gegenständen darin befand heraus. Dazu gehörte auch eine Flasche Brandwein, eine andere mit Rum, etwas Schiffszwieback, ein Pulverhorn und ein großes fünf bis sechs Pfund schweres Stück Zucker in Segeltuch eingewickelt. All dies war mir sehr willkommen, besonders aber der Brandwein und Zucker, die ich seit vielen Jahren entbehrt hatte. Als diese Dinge an Land gebracht waren, die der Mast, das Segel und das Steuerruder hatten wir bereits vorher weggeschafft, bohrten wir noch ein Loch in den Boden des Fahrzeugs, sodass dieses keinesfalls in Windeseile weggebracht werden konnte. Während wir noch berieten und mit großer Anstrengung das Boot so weit an den Strand gezogen hatten, dass es die Flut nicht mitführen konnte, hörten wir plötzlich vom Schiff einen Schuss und bemerkten, dass das Boot durch allerlei Signale dorthin zurückgerufen werden sollte. Wiederholtes Feuern und Signalisieren blieb jedoch fruchtlos. Jetzt sah ich mit Hilfe meines Fernglases, dass die Mannschaft ein anderes Boot aussetzte. Bei seinem Herankommen erkannten wir, dass sich nicht weniger als zehn Mann darin befanden. Wir machten uns nun daran, unsere Gefangenen zu trennen. Zwei davon, denen der Kapitän weniger als den übrigen traute, wurden unter der Führung Freitags und eines der drei von uns befreiten Männer in meine Höhle entsendet, wo sie entfernt genug waren, um nicht gehört oder entdeckt werden zu können. Dort wurden sie mit Lebensmitteln versehen und sie versprachen, ihre Gefangenschaft geduldig zu ertragen. Die übrigen Gefangenen wurden noch besser behandelt, zwei blieben jedoch gebunden, weil auch ihnen der Kapitän nicht völlig traute. Die anderen beiden wurden unter meinen Befehl gestellt, nachdem sie feierlich gelobt hatten, mit uns zu kämpfen, wenn es nötig sei. Wir waren jetzt zusammen sieben Männer und ich zweifelte nicht, dass wir mit den zehn Ankömmlingen ganz leicht fertig werden würden, vor allem, weil der Kapitän versichert hatte, es seien mehrere ehrenwerte Leute unter ihnen. Sobald die Fremden zu der Stelle gekommen waren, wo das andere Boot lag, sprangen sie an Land und zogen ihr Fahrzeug hinter sich her. Kaum gelandet eilten sie zu ihrem anderen Boot und sahen mit großem Erstaunen, dass es gänzlich ausgeplündert und mit einem großen Leck durchbohrt war. Nachdem die Neuangekommenen eine Weile über die Ursache dieser Beschädigung nachgesonnen hatten, ließen sie aus Leibeskräften mehrere Male ein brüllendes Hallo erscheinen, um von ihren Gefährten gehört zu werden. Es blieb jedoch vergeblich. Hierauf bildeten sie einen Kreis und feuerten aus ihrem Kleingewehr eine solche Salve ab, dass die Wälder rings umher ein lautes Echo vernehmen ließen. Auch dies fruchtete nicht. Die in der Höhle eingeschlossenen Gefangenen hörten das Schießen nicht und die bei uns befindlichen vernahmen es zwar recht gut, durften aber keine Antwort geben. Jetzt brachte der Kapitän einen sehr zweckmäßigen Vorschlag zur Sprache. Vielleicht, meinte er, werden diese Gesellen zu dem Entschluß kommen, eine neue Salve zu geben, um von ihren Kameraden gehört zu werden, und dann wollen wir in dem Augenblick, wo ihre Gewehre abgefeuert sind, über sie herfallen. Sicherlich werden sie sich uns in dieser Lage ergeben und wir bekommen sie auf diese Weise ohne Blut vergießen in unsere Gewalt. Ich billigte diesen Plan und wir pirschten uns an die Zehen heran und tatsächlich sie luden allesamt ihre Waffen und ließen es erneut gemeinschaftlich donnern. Ehe sie ihre Gewehre wieder laden konnten, stürmten wir aus unseren Verstecken und überwältigten sie im Handumdrehen. Für den Kapitän war es nun ein leichtes, im Schutze der Abenddämmerung auch der kleinen verbliebenen Besatzung des Schiffes deutlich zu machen, dass die Meuterei vorbei sei. Sobald der Sieg gewonnen war, ließ der Kapitän sieben Kanonenschüsse abfeuern, das war das vereinbarte Signal. Man kann sich denken, mit welcher Freude ich die Salve vernahm. Erst als ich diese Schüsse gehört hatte, legte ich mich nieder und schlief nach der großen Anstrengung des Tages sofort fest ein. Plötzlich aber wurde ich durch einen Flintenschuss geweckt und hörte, nachdem ich eilig aufgestanden war, die Stimme eines Mannes rufen, Robinson Crusoe, Robinson Crusoe. Es war die Stimme des Kapitäns. Als ich den Gipfel des Hügels erstiegen hatte, fand ich ihn dort stehen. Er deutete zum Schiff hin und sagte, indem er mich in die Arme schloss, mein denn es gehört euch ebenso wie mir nebst allem, was es enthält. Ich richtete die Augen zum Schiff und sah es etwa eine halbe Meile vom Land entfernt vor Anker liegen. Nachdem nämlich unsere Leute sich desselben bemächtigt hatten, waren die Anker als bald gelichtet worden und da das Wetter ruhig war, hatten sie das Fahrzeug gerade gegenüber der Mündung des kleinen Baches festgelegt. Ich tragen, wohin ich Lust hatte. Eine Weile lang war ich nicht im Stande ein Wort zu sprechen. Ich hielt mich, um nicht umzufallen an dem Kapitän fest, der seine Arme um mich geschlungen hatte. Als er meine Verwirrung erkannte, zog er sogleich eine Flasche aus seiner Tasche und ließ mich einen herzstärkenden Trunk nehmen, den er zu diesem Zwecke mitgenommen hatte. halten hatten, teilte mir der Kapitän mit, er habe von dem, was das Schiff an Ladung geborgen und was von den Schurken, die es eine Weile in Besitz gehabt hätten übrig gelassen sei, mir einige kleine Erfrischungen mitgebracht. Dann rief er den Leuten im Boot zu, sie sollten die Sachen an Land bringen. Das war aber eine Ladung so groß, als ob ich nicht die Absicht hätte mit dem Schiff abzufahren, sondern als ob ich auf der Insel bleiben und die anderen ziehen lassen wolle. Da kam zuerst ein Flaschenkorb mit ausgezeichneten Getränken zum Vorschein, ferner zwölf Viertel Ochsenpökelfleisch und sechs Viertel Schweinefleisch, ein Sack voll Erbsen und ungefähr hundert Pfund Schiffszwieback. Auch war eine Kiste mit Zucker dabei, eine andere mit Mehl, Dann aber, und das war mir tausendmal mehr wert als das Übrige, hatte der Kapitän mir mitgebracht sechs reine neue Hemden, sechs sehr gute Halstücher, zwei Paar Handschuhe, ein Paar Schuhe, einen Hut, ein Paar Strümpfe und einen sehr guten vollständigen Anzug, der dem Kapitän selbst gehörte und nur wenig abgenutzt war. Kurz, mein Freund kleidete mich vom Kopf bis zu den Füßen. Jedermann kann sich denken, wie angenehm mir ein solches Geschenk in meiner Lage sein musste, und dennoch vermag sich niemand vorzustellen, wie unbehaglich und verlegen ich mich anfangs fühlte, als ich diese Kleider angelegt hatte. Nach unserer gegenseitigen Beglückwünschung und nachdem jene guten Dinge alle in meine kleine Behausung gebracht waren, hielten wir Rat darüber, was mit unseren Gefangenen zu tun sei. Es war nämlich zu überlegen, ob wir sie mit uns nehmen sollten oder nicht. Wir entschieden uns dafür, ihnen die Freiheit zu schenken, allerdings mit dem Haken, dass wir sie auf der Insel zurücklassen würden. Die Gefangenen schienen außerordentlich dankbar für dieses Angebot zu sein und versicherten, sie wollten es weit lieber riskieren, hier zu bleiben, als in England für die Meuterei bestraft zu werden. Also ließen wir die dank erfüllten Gefangenen losbinden. Jetzt bereitete ich mich darauf vor, an Bord zu gehen. Die folgende Nacht jedoch wollte ich noch auf der Insel verweilen und forderte daher den Kapitän auf, sich aufs Schiff zu begeben, dort alles in Ordnung zu bringen und am nächsten Morgen eines der Boote zu mir zu schicken. Mit den freigegebenen Gefangenen führte ich ein ernstes Gespräch über ihre Zukunft. Ich erzählte ihnen von meiner Ankunft und meinen Erlebnissen auf der Insel, zeigte ihnen meine Festungswerke, gab ihnen an, wie ich mein Brot bereitet, mein Getreide gesät, meine Trauben behandelt hatte, kurz, ich wies sie auf alles hin, was für das Leben auf dieser Insel wichtig war. Dann gab ich ihnen meine Feuergewehre, fünf Musketen und drei Vogelflinten, ferner erhielten sie drei Säbel und anderthalb Fass Pulver, denn so viel besaß ich noch, da ich nach den ersten Jahren nur wenig mehr gebraucht hatte. Auch beschrieb ich ihnen, wie ich die Ziegen behandelt, sie fettgemacht und gemolken und wie ich Butter und Käse bereitet hatte. Ich versprach den Kapitän darum zu bitten, weitere zwei Pulver Fässchen zurückzulassen, Wort. Wir bereiteten uns vor, sofort unter Segel zu gehen, lichteten jedoch noch nicht am selben Abend die Anker. Zur Flutzeit schickten wir das Boot an Land und ließen den Zurückgebliebenen die versprochenen Gegenstände überbringen, zu denen der Kapitän auf meine Veranlassung noch ihre Koffer und Kleidungsstücke hinzugefügt hatte. Sie nahmen alles dankbar auf. Auch ermutigte ich sie, indem ich versprach ihnen, wenn es in meiner Macht stünde, ein Schiff zuzuschicken, das sie mitnehme und dass ich sie überhaupt nicht vergessen würde. Beim Abschied von der Insel nahm ich als Erinnerungsstücke die große Ziegenfellmütze mit an Bord, die ich mir selbst gemacht hatte, sowie meinen Sonnenschirm und einen meiner Papageie. Auch das einst aus dem Schiffswrack geborgene Geld vergaß ich nicht. Es hatte so lange nutzlos dargelegen, dass es ganz schwarz geworden war und erst nachdem ich es ein wenig gerieben hatte, wieder für Silber gelten konnte. So verließ ich denn, wie ich aus dem Schiffskalender ersah, am 19. Dezember des Jahres 1684 das Eiland, nachdem ich 28 Jahre, zwei Monate und 19 Tage darauf zugebracht hatte. Nach langer Fahrt und nach 35 jähriger Abwesenheit betrat ich am 11. Juni des Jahres 1685 wiederum die englische Erde. So habe ich also Bericht erstattet vom ersten Teil meines Schicksals und abenteuerreichen Lebens, eines Lebens, das so reich an Abwechslung war, wie es die Welt wohl nur selten wird aufweisen können. Meine Plantage in Brasilien ließ ich übrigens verkaufen, so dass ich zu einem stattlichen Vermögen kam. Man sollte nun glauben, in meiner jetzt so guten Vermögenslage hätte ich keinen Gedanken mehr daran verschwendet, an weitere Wagnisse zu denken. Und das wäre auch sicher der Fall gewesen, wenn nicht gewisse Umstände. Nun gut, ich war nun einmal an ein unstetes Leben gewöhnt, hatte weder Familie noch ausgedehnte Verwandtschaft und auch trotz meines Reichtums kaum Freunde. Dazu kam, dass ich, nachdem ich meine Pflanzung in Brasilien abgegeben hatte, die Erinnerung an dieses Land nicht aus dem Sinne schlagen konnte und große Lust hatte, wieder einmal einen Ausflug dorthin zu machen. Besonders lebhaft aber war mein Verlangen, meine Insel einmal wiederzusehen. Fast sieben Jahre lang aber stellte ich meinen Plan zurück, wieder auf hohe See zu gehen. Während dieser Zeit nahm ich mich zunächst meiner beiden Neffen an, der Kinder eines meiner Brüder. Den einen ließ ich zum Seekapitän ausbilden und als ich ihn nach Ablauf von fünf Jahren zu einem verständigen, tapferen und unternehmungslustigen jungen Mann herangewachsen sah, übergab ich ihm ein gutes Schiff und schickte ihn auf die Weltmeere. Gerade dieser junge Bursche aber war's, der mich später zu neuen Abenteuern verleitete. Inzwischen hatte ich mich in England häuslich eingerichtet. Was das Wichtigste ist, ich hatte eine vorteilhafte und mich völlig zufriedenstellende Ehe geschlossen, aus der mir drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter geboren wurden. Als mein Neffe gerade von einer mit gutem Erfolg bestandenen Reise zurückgekehrt war, gewann meine Sehnsucht nach fernen Ländern und Inseln die Überhand und veranlasste mich im Schiff meines Indien zu reisen. Dies geschah im Jahre 1694. Auf dieser Reise besuchte ich auch die junge Kolonie auf meiner Insel. Ich fand dort meine Nachfolger und ließ mir genauen Bericht erstatten. Ich verweilte an die drei Wochen auf der Insel. Bei meiner Abreise ließ ich zur Unterstützung der Bewohner allerlei notwendige Dinge zurück, insbesondere Waffen, Pulver, Schrot, Kleider, Werkzeuge und der gleichen mehr, sowie England mitgebracht hatte, nämlich einen Zimmermann und einen Schmied. Außerdem teilte ich die Insel unter den Bewohnern auf und behielt für mich das Eigentumsrecht am Ganzen. Nachdem ich das alles in Ordnung gebracht und die Bewohner verpflichtet hatte, die Insel nicht zu verlassen, nahm ich von dieser Abschied. Später übersendete ich ihnen von Brasilien aus fünf Kühe, darunter drei Trächtige, sowie auch Insel sich beträchtlich vermehrt hatten. Hiervon jedoch, sowie von einigen sehr seltsamen Begebenheiten, die ich auf meinen weiteren Fahrten zehn Jahre später erlebt habe, berichte ich vielleicht noch einmal in Zukunft. Robinson Crusoe, ein Inselabenteuer von Daniel Defoe, gelesen von David Nathan, Hörbuchbearbeitung von Michael Schulte, eine ORCA Produktion 2012. Weitere Geschichten findet ihr unter www.orca.de